Ich stand am 10. Juni auf dem Bahnhof von Hannover und hörte die Durchsage, wegen Umweltschäden ist der Bahnverkehr in ganz NRW eingestellt, nicht wegen der GDL, wegen Umweltschäden und mir war damals irgendwie gruselig zumute, weil für mich klang das fast wie eine Botschaft aus der Zukunft, war es aber nicht. Sie erinnern sich, wir hatten extrem Regenereignisse in diesem Sommer und in einigen Gebieten war es auch ganz schön schwierig und es gab erhebliche Schäden. Herr Zwengel hat schon ein paar Dinge genannt, die nicht so angenehm sind. Manches geht uns hier rein, da raus, manches hören wir auch gar nicht, wie zum Beispiel die Ankündigung vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die gesagt haben, dass die Westantarktis jetzt also wirklich zu einem Problemgebiet wird und anfängt instabil zu werden und möglicherweise tatsächlich auch abzuschmelzen droht. Das sind alles keine sehr schönen Nachrichten. Ich sage das nicht, um schlechte Laune zu verbreiten, weil mit schlechter Laune kann man die Welt garantiert nicht verändern, mit runtergezogenen Mundwinkeln. Aber man muss glaube ich schon zur Kenntnis nehmen, dass Klimawandel nichts mehr ist, was auf die Zukunft projiziert ist, sondern wir erleben es. Wir können es erleben und wir erleben es auch und einige Bundesländer haben ja auch schon angefangen, Anpassungsstrategien aus sich auszudenken. Baden-Württemberg ist dabei, Hessen hat es schon zu einem großen Teil. Also wir müssen einfach gucken, wie wir mit mehr Hitze, mehr Regen, mehr Hagel, mehr Überschwemmungen und Stürmen zurechtkommen werden. Und trotzdem, und nicht nur trotzdem, sondern erst recht, deswegen ist es glaube ich angesagt, sehr genau hinzugucken, was kann man auf der Ebene der Vermeidung tatsächlich noch machen, was ist international möglich, was ist national möglich, was ist regional, aber eben auch, was können wir alle ganz persönlich machen. Es gibt einen gewissen Widerspruch, glaube ich, auf den auch immer wieder hingewiesen wird. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen unglaublich viel, aber wir handeln nicht entsprechend und das erleben wir auch auf der internationalen Ebene. Und da sitzen ja keine Dummen, die dort verhandeln und trotzdem findet es nicht statt. Also offensichtlich gibt es einen Mismatch von Interessen. Damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Warum ist es so? Wer blockiert? Warum? Aber wo sind auch Chancen, neue Chancen möglicherweise? Was kann man tun? Wir haben ganz wunderbare Gesprächspartnerinnen und einen Gesprächspartner für dieses Thema, die sich alle super gut auskennen. Nochmal Frau Priska Hinz, die Umweltministerin ist und für vieles zuständig, nur leider nicht für Energie, schade eigentlich, muss sie sich teilen mit ihrem Kollegen. Frau Tanja Brühl wurde auch schon vorgestellt, sie ist Spezialistin für internationale Friedenspolitik und da gehört ja auch die Umweltpolitik, die Klimapolitik mit rein und sie ist stellvertretende Chefin der Goethe-Universität. Herzlich willkommen und wir sind auch ganz glücklich, Christoph, dass du es noch geschafft hast, weil du wirklich auch ein Mann der Praxis bist. Es gibt, glaube ich, keine internationale Klimaverhandlung, wo er nicht dabei war. Also über dein Klimakonto sprechen wir heute lieber nicht, wie das so aussieht. Wir haben uns, oder ich habe mir das so gedacht, wir diskutieren jetzt hier eine Weile auf dem Podium, dreiviertel Stunde vielleicht und dann können, sollen, Sie mögen, Sie sich bitte alle kräftig einschalten. Sollte aber zwischendurch, sollten wir mal irgendwie in ein Fach chinesisch fallen und Sie sagen, Moment mal, jetzt verliere ich es gerade, jetzt verstehe ich es nicht. Dann seien Sie so gut, melden Sie sich sofort, damit wir es klären können, aber missbrauchen Sie es nicht. Also zum Diskutieren und für die Statements, das machen wir dann später, aber wenn irgendwas unklar ist, gerne auch sofort. Jetzt ist es ja so, es gab in New York einen Sondergipfel, der die Konferenzen in Lima und Paris vorbereiten sollte. Da haben sich die Staatschefs getroffen und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, das soll dazu dienen, eine politische Dynamik zu schaffen, um ein bedeutendes universelles Klimaabkommen nächstes Jahr zu erzeugen. Bevor wir jetzt darüber reden, ob diese Dynamik entstanden ist, ist, glaube ich, noch mal wichtig zu wissen, Frau Brühl, warum muss man jetzt eigentlich ein neues Klimaabkommen haben? Wir haben das Kyoto-Protokoll, da ist eine Reduzierung vereinbart worden. Was brauchen wir jetzt stattdessen? Ja, vielen Dank. Ich versuche jetzt also den ganz schnell in wenigen Sätzen zu sagen, wo stehen wir nach 25 Jahren Klimapolitik, so verstehe ich die Frage und wo sind die nächsten 25 Jahre. Warum 25 Jahre? Die Idee, dass der Treibhauseffekt verhindert oder eingedämmt werden muss, stammt aus Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Beim Erdgipfel 1992 in Rio wurde dann eine Rahmenkonvention verabschiedet, schon damals nur erst mal einen Rahmen, weil man sich auf spezifische Fragen nicht einigen konnte und das gelang erst im Nachhinein über das sogenannte Kyoto-Protokoll. Das Kyoto-Protokoll sah vor, oder sieht vor, dass für eine bestimmte Gruppe von Ländern, die, weil sie in einem Anhang stehen, Annex I-Staaten genannt werden, das ist ein Teil der Klimapolitik, dass wir eine unglaublich technische Sprache haben und das immer mal wieder übersetzen müssen. Was heißt das, die Annex I-Staaten sind eigentlich die Industrieländer, dass die Industrieländer ihre Emissionen reduzieren sollen für eine Zeitperiode, die schon abgelaufen ist. Und damit komme ich genau zu Ihrer Frage. Also 1997 verabschiedet das Kyoto-Protokoll, hat die Emissionsreduzierung der Gruppe der Industrieländer, für die das Kyoto-Protokoll gültig war, auch dazu gleich noch ein Satz, für die Zeitperiode bis 2012 geregelt. Dann war die Frage, was soll denn folgen? Und all das, was schon am Anfang bei der Klimapolitik schwierig war, zog sich durch, nämlich die Frage, ja, also die Frage, welche Form von Klimapolitik ist angemessen, um ein nachhaltiges Wirtschaften zu generieren. Und hier kann ich jetzt als Politikwissenschaftlerin das erstmal versuchen zu skizzieren, es gibt verschiedene Governance-Ideen, verschiedene Ideen, wie man herangehen kann. Das Kyoto-Protokoll folgt dem Ansatz, einem regulativen Ansatz. Das heißt, man legt fest, Obergrenzen, die für die Staaten gelten, die verpflichtend einzuhalten sind. Das war ein Ansatz, und das ist die Frage, für welche Staaten galt denn das Kyoto-Protokoll? Das ist dann genau der Punkt, warum einer der Hauptemittenten, die USA, nie dabei waren. Weil diese Form von regulativer Politik aus Sicht der verschiedenen Präsidenten im Rahmen der Klimapolitik immer der falsche Ansatz war. Und stattdessen gesagt wurde, dieses Command and Control, das funktioniert nicht, sondern wir müssen mit Anreizen arbeiten. Und so gab es eigentlich von Anfang an die Idee auch, zu sagen, lass doch irgendwie sowohl die Bürgermeister, die Bürgermeisterinnen, wie auch die Bundesstaaten, wie auch auf einer nationalen Ebene, einfach jedem das sagen, was er denkt, was er oder sie dann reduzieren kann, und das halten wir verbindlich fest. Und diese beiden Logiken waren von Anfang an ein Konfliktpunkt, und ein Konfliktpunkt, der nicht aufgelöst worden ist, und aus meiner Sicht nach wie vor einer der Punkte sind, die die Frage der Zukunft von Klimapolitik sehr stark beeinflussen. Das heißt, um die Frage knapp zu beantworten, warum brauchen wir was Neues, das Kyoto-Protokoll selbst in der ersten umfassenden Budgetperiode ist abgelaufen. Es ist in Doha vereinbart worden, eine zweite Reduktionswelle, aber an der Stelle, und das ist die zweite große Konfliktlinie, konnte es sich nicht mehr durchsetzen, mit dem regulativen Ansatz zu arbeiten, weil kaum noch Staaten willens waren, sich so einem Ansatz zu unterwerfen, und deswegen die Frage war, wir brauchen irgendwie was anderes. Und dieses irgendwie was anderes ist bis heute nicht geklärt. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, Lima in zwei Wochen, drei Wochen die Verhandlungen, die Verhandlungen in Paris, die dann zum neuen Klimaübereinkommen, Klimaabkommen führen sollen, es ist aus meiner Sicht, ich würde gerne den Optimismus von Ralf Zwenger aus dem Eingangsstatement teilen, aus meiner Sicht ist es nicht so, dass wir sagen können, wir steuern auf einen erfolgreichen Prozess zu. Da fehlen mir noch die Indikatoren dazu, das können wir dann nachher gerne noch mal vertiefen. Aber ich glaube, vielleicht so viel erst mal zum Einstieg. Das heißt, New York haben Sie jetzt auch nicht als so hoffnungsvoll erlebt. Was ist denn eigentlich da genau rausgekommen, Christoph? Christoph Barth. Na ja, New York muss man, glaube ich, einordnen in die Lernerfahrungen von Kopenhagen. In Kopenhagen 2009 hat man versucht, ein umfassendes Klimaabkommen hinzubekommen, wo man alles, was an großen Klimaproblemen auf dem Tisch gelegen haben, zusammen in einem Abkommen versucht hat, hineinzupacken. Und dass dann die letzten drei Tage von der Konferenz die Regierungschefs dazukommen und es soll ihnen dann ein Papier übergeben worden, wo nur noch wenige Klammern da sind und die machen dann den Sack zu. So hat man sich das in Kopenhagen vorgestellt gehabt. Und jetzt hat in Kopenhagen vieles, schon im Vorfeld von Kopenhagen, vieles nicht so geklappt. Und zwar zwischen 2007 und 2009, als die Verhandlungen, das war die eigentliche Vorverhandlungsphase von Kopenhagen, da kamen zwei Ereignisse, die die Welt umgestaltet haben. Das eine ist die Finanz- und Wirtschaftskrise, sodass dann ein italienischer Ministerpräsident damals den Satz geprägt hat, wieso sollen wir uns um unsere Dauerwelle kümmern, wenn wir eine Lungenentzündung haben. Die Dauerwelle war der Klimaschutz. Und das hat die Stimmung ganz stark verändert. Ich bin fest von überzeugt, dass wenn das nicht gekommen wäre, hätten wir ein ganz anderes Ergebnis aus Kopenhagen herausbekommen. Und zweitens mit damit zusammenhängend war, dass wir von der G7-Welt, wo die Welt von den Industrieländern dominiert war, im Rahmen der Wirtschaftskrise in der G20-Welt umstrukturiert worden sind, wo die G20 das entscheidende Gremium weltweit geworden ist. Das war alles noch nicht einsortiert. Was heißt das denn jetzt für so ein Abkommen dazu von Verantwortung, wer muss was übernehmen und so weiter? Das waren in meinen Augen die zwei ganz großen strukturellen Probleme, die zu dem sehr misslichen Ergebnis von Kopenhagen dann geführt haben. Und jetzt hat man sich überlegt und gesagt, naja, was müssen wir denn lernen aus Kopenhagen für das Abkommen, was in Paris 2015 erreicht werden soll. Und da sagt man einerseits, die Regierungschefs sollen nicht mehr am Ende kommen, sondern die sollen nur im Hintergrund stand-by da sein und per Telefon miteinander konferieren, wenn die heiße Phase da ist, aber nicht mehr auf dieser Konferenz, sondern stattdessen hat man sie ein Jahr vorher oder ein gutes Jahr vorher sozusagen als Vorlauferhitzer mit zu diesem Gipfel eingeladen, um zu sagen, die muss man jetzt wieder mit ins Boot nehmen, ein politisches Commitment von ihnen bekommen, wir wollen auch dieses Abkommen. Ich sage jetzt noch mal kurz, was die anderen Änderungen sind und dann komme ich noch mal auf New York zurück. Die anderen Änderungen ist, dass man sagt, wir wollen lange vorher einen Text haben, den man zumindest bis auf einige Klammern und Streitpunkte verhandelt hat und alles, was sich nicht in so einen Text reinfügt, wird nicht nach Paris reinkommen dazu. Und deswegen hat man sich das Ziel gesetzt, bis Lima, das ist jetzt im Dezember den Klimagipfel, dass man wesentliche Eckpunkte für so einen Text schon fertig hat. Dazu mit Klammern, wo die Unterschiede noch deutlich werden, aber dass klar ist, aha, das sind die Punkte, die dann ernsthaft verhandelt werden, vorverhandelt werden im kommenden Jahr und dann geht man auf Paris mit zu. Und dann kommt ein dritter Punkt, der, ich würde das ein bisschen anders akzentuieren, als Sie das jetzt gerade gemacht haben, ich glaube nicht in erster Linie, es war der Punkt regulativ gegen freiwillig oder so, sondern wenn man sich das in der Geschichte anschaut, in der Klimageschichte, dann waren die USA ja der wichtigste Emittent bis vor wenigen Jahren, als China sie überholt hat. Und die Gegner des Klimaschutzes, die fossile Lobby dieser Welt, von Exxon damals angeführt, das ist das Unternehmen, was bei uns ESSO heißt, haben eine Strategie entwickelt damals und haben gesagt, wenn es uns gelingt, die USA rauszubrechen, dann trauen sich alle anderen auch nicht ernsthaften Klimaschutz zu machen. Und von dem her hat man dann als allererstes schon 1995 beim Berliner Mandat für Kyoto, was soll da verhandelt werden, gesagt, okay, wir müssen erreichen, dass die Schwellenländer hier keine Verpflichtungen übernehmen, weil dann gelingt es uns auf dieser Basis, die USA rauszubrechen zu Hause, und zu sagen, das ist nicht fair, dass das gemacht wird. Und von dem her hat man, die Protokolle haben wir inzwischen davon, von dieser fossilen Lobby, wie sie das vorbereitet hat, von dem her hat man dann gesagt, wir setzen alles dran, dass nur die Industrieländer hier Verpflichtungen übernehmen. Das war das Berlin-Mandat und dann wurde vor dem Umfeld des Kyoto-Protokolls zu Hause mit nur einer Stimme Abweichung dabei im Kongress der USA durchgesetzt, dass man gesagt hat, wir sind bereit, ein Abkommen zu ratifizieren, aber nur dann, wenn unsere Wirtschaft keine Schäden davon hat und zweitens, wenn auch die Schwellenländer dabei sind. Und da man schon vorher sich entschieden hat, die Schwellenländer sind nicht dabei, war das eigentlich eine Sackgasse, wo man mit reingelaufen ist. Übrigens interessant, dann ist noch der Chef von Exxon nach China gefahren und hat den Regierungschefs dort beschworen, der Herr Reynolds, der damals der Chef davon war, und hat gesagt, ihr dürft auf keinen Fall in Kyoto irgendwas annehmen dabei. Und das war erst mal das Vorspiel dazu. Und das müssen wir uns schon anschauen, um zu sagen, warum ist in den USA systematisch untergraben worden und versucht worden, die rauszubrechen. Und danach stand natürlich die ganze Klimapolitik unter einem sehr schlechten Stern, dass alle anderen gesagt haben, wenn der größte Emittent nicht dabei ist, das reichste Land der Welt nicht dabei ist, warum sollen wir denn dann Vorreiter sein und so weiter. Diese ganze Debatte, die haben wir dadurch einfach uns eingefangen. Gut, jetzt komme ich zurück zu New York, denn das ist jetzt, wie man sagt, okay, wie geht man mit dem Problem um, weil das haben wir ja immer noch, das hat die Wahl ja jetzt gerade in den USA gezeigt. Und dass man deswegen sagt, okay, wir müssen jetzt auch mit den Zielen anders umgehen. Jedes Land legt jetzt schon, nicht erst in Paris, sondern zwischen Dezember und Mai, eigentlich bis März, alle wichtigen Länder legen vor, weil sie bereit sind zu machen. was sie rechtlich verbindlich, national rechtlich verbindlich bereit sind zu machen. Und da wird aller Voraussicht nach, der Herr Obama, zusammen mit China in den nächsten Monaten, zeitgleich mit China ein entsprechendes Ziel vorlegen. Und dann werden auch viele anderen Staaten ihr Ziel und Staatengruppen ihr Ziel vorlegen. Und dann wird man sehen, das reicht aber nicht aus um das vielbeschworene 2-Grad-Limit, diese Grenze, wo man sagt, danach wird der Klimawandel extrem gefährlich, um die einzuhalten. Das heißt, dann geht es darum, wie kann man das nachbessern? Können wir das erhöhen? Können andere Akteure, Städte, Unternehmen, andere Gase, die dabei eine Rolle spielen, die Landwirtschaft und so weiter, können die mit eingebunden werden und die Lücke füllen dazu. Das wird sich dann zwei Jahre hinziehen nach Paris. Man hat also vor Paris, Paris und nach Paris. Bist du schon sehr weit vorne weggeprescht. Das ist aber eine ganz andere Art des Abkommens, als wie das, was man in Kopenhagen gewollt hat. Kommen wir gleich nochmal dazu. Nur, dass wir nochmal verstehen, an welcher Stelle hat jetzt der Sondergipfel in New York nochmal was Neues gebracht. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich auch China jetzt anders verhalten als sonst. Frau Brühl. Ja und nein, also China hat schon in der National... Wir müssen ja mal schauen, das ist, man kann sich vorstellen wie so zwei Spieltische. Es gibt eine nationale Politik und eine internationale. Und China hat schon für den letzten oder den laufenden Fünfjahresplan angegeben, dass Klima, also dass der Umgang mit Kohlekraftwerken ein Thema ist, dass man in fünf Regionen die Emissionen reduzieren möchte. Es ist jetzt aber nicht so, und dieses, was man national gesagt hat, hat man international auch nochmal gesagt. New York war nicht der Durchbruch im Sinne, dass ganz neue Zahlen auf den Tisch kamen und irgendjemand gesagt hat, surprise, surprise, ich reduziere um 20, 30, 40 Prozent, sondern sowohl das, was wir von den USA gehört haben, wie auch das, was wir von China gehört haben, waren bekannte Zahlen, waren bekannte Verlautbarungen. Was für mich New York ausgemacht hat, war also nicht der klassische UN-Diplomaten, man trifft sich und Zirkus, sondern war vielmehr, dass wir eine unglaublich starke Mobilisierung hatten mit diesen verschiedenen Klimademonstrationen. Sie erinnern sich, in Berlin gab es auch eine, in New York, ich glaube, 400.000 Menschen insgesamt, 700.000 insgesamt, die weltweit auf der Straße waren, also eine Mobilisierung in der Zivilgesellschaft, wie wir sie seit Jahren, ich würde sagen, seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und daraus kann man jetzt, damit kann man unterschiedlich umgehen. Man kann sagen, die Industrielobby ist immer noch stark, Klammer auf, die Industrielobby ist ja inzwischen viel vielfältiger an der Stelle auch. Es sind nicht mehr nur die klaren Bremserstaaten, sondern wir haben da auch Unternehmensgruppen, die sich als grün verstehen, was auch immer das jetzt heißen mag. Aber es gibt einen sehr großen Druck von der Straße, auch in den USA, und darauf setze ich auch ein Stück weit, auch in den USA, dass sich etwas verändert. Ich fand es interessant, wir haben ja diesen BBGU, also den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltveränderung, und auch dieses Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, habe ich vorhin schon mal erwähnt, Herr Schellenhuber, hat von einer Weltbürgerbewegung gesprochen, in dem Kontext. Und in diesen Gutachten, die der WGBU zum Beispiel erstellt, da ist jetzt ganz stark der Fokus auch drauf gelegt, zu sagen, wir müssen diese zivilgesellschaftliche Bewegung anheizen, wie auch immer das geht. Aber die Frage ist jetzt, Frau Hinz, an Sie, wie nehmen Sie das wahr? War das tatsächlich eine neue Qualität, auf die man setzen kann? Ja. Jetzt geht es, genau, danke. Naja, ich bin jetzt auch noch nicht so überzeugt, dass es im nächsten Jahr einen Durchbruch geben wird, ehrlich gesagt. Ich habe so widerstreitende Gefühle, und ich glaube, es gibt gegenläufige Tendenzen im Moment noch. Natürlich ist es so, dass es Demonstrationen gab, das ist positiv, also positiv im Sinne von, also wir wollen mehr Klimaschutz, das ist mal was anderes, als gegen was zu sein, also da mobilisiert sich was, das finde ich gut, da sollte man auch überlegen, wie man sowas verstärken kann, auch von Seiten NGOs, aber auch von Seiten der politisch interessierten Öffentlichkeit, und durchaus auch von Parteien, die sowas unterstützen. Das ist sicher richtig. Es ist auch so, dass der IPPC-Bericht nicht mehr so umstritten ist, wie frühere Berichte. Also, so die ersten, die waren ja immer, die wurden ja immer so in Bausch und Bogen eigentlich auch kritisiert, von anderen Wissenschaftlern, die gesagt haben, das ist erstens unwissenschaftlich, zweitens irgendwie abgeschrieben, nicht richtig berechnet, und so schlimm ist es gar nicht, und menschengemacht ist es sowieso, eigentlich, weil schon immer gab es Klimawandel. Also, IPPC sind die UNO-Forscher, also weltweit die besten Klimaforscher. So, also das ist auch ein positives Moment, wo man sagt, okay, das scheint jetzt doch anerkannt zu sein, dass es da ein Problem gibt, und dass man darauf reagieren muss. Es ist auch richtig, dass sich zum Beispiel die EU, auch wenn man kritisieren kann, wie ich es tue, zu Zielen verständigt hat, die nicht genügend sind, können auch noch nicht genügen, weil wir, wenn diese Ziele so bleiben, wie sie sind, das Zwei-Grad-Ziel nicht erreicht wird, ja, aber immerhin hat sich die EU jetzt mal in zwei Themenfeldern zu was Verbindlichem hinreißen lassen, das ist schon mal was Positives. Auf der anderen Seite ist es so, dass, also bei der USA, nach den Wahlen gestern, bin ich total skeptisch, ob Obama, selbst wenn er nach China fährt, irgendetwas am Ende ausrichten kann, weil ich befürchte, dass die nationalen Egoismen, die parteipolitischen Egoismen, am Ende wieder die Tragenden sind, und Regierungspolitik nicht das machen kann, was eigentlich notwendig ist, ja, und wir haben ja das Problem, dass bei solchen internationalen Vereinbarungen, wie wir das auch schon bei der EU sehen, ja, die ja nicht richtig international ist, sondern eher schon eine Binnenpolitik, dass die unterschiedlichen Interessen so stark sind, also aus der nationalen Sicht, aus der unterschiedlichen Kultur, die unterschiedlichen wirtschaftlichen Stärken und Schwierigkeiten eines Landes, sodass ich noch nicht sehe, worin sich das kristallisieren soll, am Ende des Tages in New York. Und wenn es so ist, wie Herr Balz sagt, dass man zwar jetzt eine andere Herangehensweise hat, und alle erst mal sagen sollen, was können wir bringen, und dann wird man feststellen, also das Zwei-Grad-Limit haben wir nicht erreicht, werden wir mit diesen Maßnahmen nicht erreichen. Wie können wir jetzt die Lücken füllen? Dann kann ich nur sagen, also das, was die EU jetzt vereinbart hat, da wissen wir jetzt schon, dass da eine Lücke klafft, und ich sehe nicht, wer für die EU dann in New York sprechen soll, um zu sagen, also dann packen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr drauf. In Paris, Entschuldigung. Sodass ich da eher skeptisch bin, dass man nächstes Jahr irgendwie, oder ja, dass man da einen Durchbruch erreicht, aber auf der anderen Seite eben hoffnungsfroh, weil es doch eine Bewegung gibt, und wo ich überlege, wir sollten schauen, wie wir das verstärken, und wie können wir die Wirtschaft ins Boot bringen, weil die wirtschaftlichen Schäden aufgrund des Klimaschutzes, und das wissen wir inzwischen auch, das kann man auch evident machen mit Zahlen, sind viel größer in den nächsten Jahren, als das, was man ausgeben muss, um tatsächlich Klimawandel herzustellen. Vielleicht muss man da noch mal gucken, um herauszufinden, wo sind mögliche neue Konstellationen, wo kann man Druck verstärken, wo liegen denn eigentlich die größten Blockaden? Frau Brühl, wie nehmen Sie das wahr? wer sind im Moment in der EU und darüber hinaus die Länder, die am meisten Schwierigkeiten machen, und warum? Und wo kann man da, könnte man dann möglicherweise andere Interessen miteinander in Verbindung bringen? Ich greife die Frage auf, indem ich Sie erst noch einen Satz genau andersrum wende. Wann gelingt es denn in der internationalen Politik zu einer neuen Kooperation zu kommen? Und das gelingt, wenn man Vorreiter hat. Das zeigt die Literatur, die Forschung sehr deutlich. Ich meine, das ist auch einleuchtend, normaler Menschenverstand, wir kommen nur voran, wenn irgendjemand sagt, so und ich nehme jetzt mal, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Und ein Problem, welches ich sehe in der internationalen Klimapolitik, ist, dass diese Vorreiterposition unbesetzt ist. Herr Beiz hat schon darauf hingewiesen, in Kopenhagen wollte die EU gerne der Vorreiter sein. Und es hat halt am Schluss nicht so geklappt, weil bei den informellen Verhandlungen, die dann dazu führten, diesen Kopenhagen-Accord, dieses unverbindliche, dann akzeptierte Dokument zu vereinbaren, saßen sie nicht mit am Verhandlungstisch, sondern das waren die USA mit den BRIC-Staaten zusammen. Das heißt, nach was wir eigentlich mehr noch gucken müssten, wäre der Vorreiter. Und dann liegt es natürlich nahe, nicht nur, weil wir jetzt in Frankfurt, Hessen, Deutschland und EU sitzen, sondern auch, weil es eine Geschichte gibt, dass Deutschland, also unsere Bundeskanzlerin, sich ja als Klimakanzlerin mit Berlin damals hervorgetan hat, damals noch als Umweltministerin, liegt es sehr nahe zu fragen, könnte Deutschland innerhalb der EU so eine Vorreiterposition einnehmen. Sie haben jetzt eben schon gesagt, stimme ich absolut zu, die EU-Position ist keine Position, mit der man eine Vorreiterpolitik machen kann. Was ist vereinbart worden? Emissionen um 40 Prozent reduzieren, regenerative Energien auf 27 Prozent erhöhen. Das sind Ziele, die man sicherlich erreichen kann. Also aus dem Sinne von so einem pragmatischen Politikverständnis ganz wunderbar. Das sind Ziele, die erreicht man, das tut auch nicht arg weh, wenn man die erreichen möchte. Und dann fragt sich natürlich, warum diese Ziele? Und ich glaube, dass hier die europäische Position geschwächter ist, als auch am Anfang der Klimapolitik, weil wir eine EU-Osterweiterung hatten. Also mit Staaten wie Polen, dem Gastgeberland, der letzten großen Klimakonferenz in Warschau, haben wir einen Staat, der sehr stark auf Kohlekraftwerke setzt und dessen Motivation, das zurückzuschrauben. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt Wirtschaftsfinanzkrise. Die eigene Wirtschaft kurzfristig zu gefährden, ist einer der Punkte, warum Polen zusammen mit anderen Staaten, Ungarn, Tschechien und so weiter, eine Blockadepolitik innerhalb der EU hatte. Und das können wir auch an dem Gipfel sehr schön nachvollziehen, zum Teil durch Statements, dass es diese Gruppe von Staaten waren, die sich gegen eine proaktive oder strengere Klimapolitik gewandt haben. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir in so einem Fall? Sagen wir, okay, EU ist verloren, wir setzen auf die kleinen Inselstaaten, weil die haben einfach durch ihren Überlebenskampf eine Power auf den Konferenzen, dass man sagt, vielleicht unterstützt man die, das halte ich für falsch. Also ich finde, da muss man schon Kräftegleichgewichte ansehen. Aber warum dann nicht nochmal nach Berlin appellieren und sagen, klar ist Deutschland Teil der EU und natürlich wird mit einer europäischen Stimme Idealiter gesprochen und wir haben eine Kommissarin, die interessanterweise ja jetzt nicht eine Klimakommissarin ist, sondern Klima und Energie, was aus meiner Perspektive, weil das so einleitend war, nicht unbedingt was Positives ist, Klima und Energie zusammenzulegen, weil ich glaube, dass hier verschiedene Interessen zusammenkommen, realpolitisch idealerweise wäre es anders, kann man... Das machen wir doch mit unserem Ministerium hier genauso. In Hessen hat man Landwirtschaft und unterdauert ein Ministerium gestellten. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch gut so. Nein, doch. Das hat sich festgestellt gegenseitig blockiert. Nein. Vielleicht mache ich erst den Satz. Also ich finde es im europäischen Rahmen, finde ich es schwierig, gerade vor dem Hintergrund, dass Energiefragen, natürlich wäre es idealerweise schön, wenn man das alles unter einer Nachhaltigkeitsbrille sehen würde, aber im Moment haben wir verschiedene Interessen auf europäischer Ebene und die zusammen, wie dem auch sei, es gibt eine europäische Position, aber die Nationalstaaten sitzen auch alle als Nationalstaaten am Tisch. Also die EU ist eigener Player, aber die europäischen Staaten sitzen am Tisch. Warum nicht versuchen eine Koalition derjenigen europäischen Staaten, die eine andere Klimapolitik vorantreiben wollen, warum versuchen wir da nicht nochmal stärker, auch wer auch immer jetzt wir ist, dafür einzutreten. Also Spanien, Frankreich, also an Staaten kann ich das schnell aufzählen. Es ist halt die Frage, wie schaffen wir den politischen Bildungsprozess dorthin? Christoph? Ich würde gerne diese Punkte, die mir ein Stück Mut machen dabei, was sich verändert hat im Moment, nochmal auf den Punkt bringen. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Auftriebskräfte uns anschauen und auch schauen, wie man dann Dynamik daraus bekommen kann. Das eine ist dieser Weltwissenschaftsrat, der IPCC, der hat jetzt wirklich Klartext gesprochen. Der hat vorgerechnet, ganz konkret mit Milliarden Tonnen CO2, wie viel wir noch haben, damit das Zwei-Grad-Limit nicht überschritten wird. Und dann hat er gesagt, okay, die Reserven, die jetzt schon bei den Unternehmen für fossile Energien in den Bilanzen stehen, ist viermal mehr, als wir das, was wir noch an fossilen Energien verbrennen dürfen. Also vier Fünftel von dem, was jetzt schon in den Bilanzen der Unternehmen oder staatlichen Unternehmen, oft sind es Staatsunternehmen in vielen Ländern, an fossilen Energien, wo die sich den Zugang dazu gesichert haben, dürfen nicht mehr verbrannt werden. Das heißt für uns zum Beispiel, wir müssen ratzfatz aus der Kohle aussteigen. Wir müssen bis 2030 in Deutschland aus der Kohle sein. Da wird es nämlich sehr konkret und da fängt jetzt im Moment der Kampf in Deutschland gerade mit zu an. Da können wir gleich ja nochmal drauf kommen. Zweiter Punkt, in China tut sich, wenn man sich anschaut von den großen Akteuren, wo hat sich am meisten in den letzten fünf Jahren positiv getan im Klimaschutz, das ist China. Und das ist bei uns noch wenig bekannt. Wir wissen alle noch, dass ständig neue Kohlekraftwerke in China gebaut werden und das war für mich das Sensationelle, dass es das erste Mal in New York bei einem UN-Rahmen angekündigt worden ist, dass China wahrscheinlich, hieß es dort, bis März, einen Plan, Fünfjahresplan vorliegen, in dem die Kohle eine absolute Oberbegrenzung, wie viel ist die Höchstmaß an Kohle, was wir einsetzen in China, innerhalb der nächsten Jahre diese Grenze nach oben setzen wollen. Jetzt ist intern noch umstritten, ob das vor 2020 ist, ob das vor 2025 ist, irgendwann in diesem Zeitrahmen, da wird man sehen, was dabei rauskommt, aber das hätte ich mir vor fünf Jahren in Kopenhagen nie zu träumen gehofft, dass wir sowas von China als Aussage bekommen. Das finde ich richtig sensationell. Und dann ist der nächste Punkt, dass die erneuerbaren Energien heute viel, viel kostengünstiger sind, als das noch in Kopenhagen der Fall war. Die Photovoltaik kostet jetzt noch ein Fünftel von dem, was sie gekostet hat 2009, als wir in Kopenhagen waren. Das führt im Moment, und Wind ist auch wettbewerbsfähig in vielen Teilen der Welt geworden, das führt dazu, dass erneuerbare Energien in vielen Teilen der Welt ohne jegliche Zuschüsse, ohne jegliche Subventionen wettbewerbstähig geworden sind. Das führt zu einer sehr starken Dynamik in diesem Bereich, am allerschnellsten übrigens in China, auch das wiederum. Und dann, last not least, die Kohle ist erstmals überhaupt seit dem Beginn der industriellen Revolution, kommt massiv unter Druck. Nicht nur in China, in den USA lässt sich durch die Regulierungen, die da sind, kein neues Kohlekraftwerk mehr bauen. Die haben andere Probleme, gar keine Frage, Schälgas und so weiter, aber bei der Kohle ist das der Punkt. Die Weltbank hat jetzt ihre Regeln so verändert, dass kaum noch Kohle im internationalen Ausland gefördert werden kann. Dann haben fast alle Entwicklungsbanken nachgezogen, als vorletztes jetzt die KfW, die Deutsche Entwicklungsbank, die jetzt das gerade im Kontext und deswegen war New York auch wieder wichtig, weil nur wenn so eine Öffentlichkeitswirksamkeit da ist, dann kriegt man so etwas mit durch. Und danach hat BMZ schriftlich die Dinge, die die KfW noch am Planen war im Moment, den verboten, jetzt weiter mit durchzuführen. Also da ist wirklich eine Änderung, allerdings bisher nur für die öffentliche Bank, die Entwicklungsbank KfW und nicht die halb private Tochter, die IPEX. Das muss jetzt das nächste Spielfeld sein und dann kommen wir an die Hermes Exportkreditbürgschaften, das müssen wir nächstes Jahr hinbekommen. Da haben die USA auch schon einen tollen Vorschlag für vorgelegt. Die Gesundheitsprobleme von der Kohle sind viel, viel, viel klarer geworden, als wie die vorher jemals klar gewesen sind. Da wird jetzt die nächsten Tage eine Studie kommen, die auch für Deutschland sagt, dass wir jedes Jahr mehr als 20.000 Tote allein durch die Kohle haben in Deutschland. Das ist wirklich eine neue Debatte und die Kohle wird neu unter Druck kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist der Hintergrund, warum in China, die Todesursache Nummer eins, in China inzwischen, so massiv gegen die Kohle vorgehen. Und das heißt, hier sind einige Punkte, wo ich durchaus sehe, da ist neue Dynamik im Spiel. Und es gibt die Gegenkräfte und da mache ich mir überhaupt keine Illusionen von, wie schwierig dieser Kampf wird. Die IG BCE, die hat jetzt die letzten Tage den Widerstand gegen den Einstieg aus dem Ausstieg der Kohle bei uns organisiert. Und das wird ein ganz heißer Kampf die nächsten Monate und Jahre werden. Aber wir sollten den mutig angehen und da brauchen wir euch alle. Gut, wenn man sich jetzt mal anschaut, wo die tatsächlichen Eingriffsmöglichkeiten sind. Also nicht jeder fährt ja zu Klimaverhandlungen und kann da ein bisschen hinter den Türen auch lobbyieren. Lokal entscheidet sich ja ganz viel. Regional entscheidet sich ganz viel. Frau Hinz, das Land Hessen hat ein Klimaschutzkonzept, das aber veraltet ist. Sie haben sich jetzt dran gemacht, das zu überarbeiten. Was sind Ihre Eckpunkte? Was machen Sie? Also ich will nochmal, wenn ich darf, auf einen Punkt, weil Herr Walz sagte, also wir müssen, nein, Sie waren das glaube ich, wir müssen gucken, dass wir Vorreiter, Rollen einnehmen. Und wer sagt denn nicht, dass Deutschland doch besser vorangehen kann. Also wir hatten jetzt Umweltministerkonferenz und das sind ja eigentlich diejenigen, die zuständig sind in Deutschland für Umwelt, Energie, Klimaschutz. Und wir haben es tatsächlich geschafft, einstimmig einen Beschluss herbeizuführen, dass wir das gut finden, was da auf EU-Ebene jetzt beschlossen, dass es mal verbindlich ist. Aber es gab keine Einigkeit darüber, dass das eigentlich nicht ausreicht. Es gibt eine Protokollnotiz aller Länder, die Grüne mit in der Regierung sitzen, die sagen, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, brauchen wir eine höhere, also muss die Reduzierung der Treibhausgase auf 55 Prozent, wir müssen mehr Erneuerbare und Energieeffizienz die Kaskade 45-40 und der Zertifikatehandel muss jetzt sofort neu konstituiert werden. So, das waren dann sieben Länder, ja, von 16. Deswegen, also wenn wir es noch nicht über die Umweltminister schaffen, da hat ja dann nur die Bundesregierung noch nicht zugestimmt, da zu einer Einigkeit zu kommen, dann weiß ich nicht, wie weit wir bis nächstes Jahr kommen wollen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja auch ein optimistischer Mensch, sonst wäre ich nicht so lange in der Politik, wir machen da weiter. So, jetzt aber deswegen, weil ich optimistisch bin, genau, mache ich das auch in Hessen. Wir haben vor, einen Klimaschutzplan zu erstellen. Für Hessen, wir haben ja schon Klimaanpassungsmaßnahmen, da gibt es einen Plan. Der alte Klimaschutzplan, der hessische, ist von 2007, also der ist völlig überaltet und es wird Zeit, dass wir den auf neue Füße stellen, auch mit echten Klimaschutzzielen, die wir dann definieren wollen. Und natürlich ist für uns wichtig, dass wir im Bereich des Gebäudebestandes was machen, also die Frage von Sanierungen, auch von natürlich im Neubau den entsprechenden Energiestandard anhalten. Aber wir haben ja ein Problem, vor allen Dingen im Gebäudebestand. Wir müssen schauen, dass wir in der Stadtentwicklung bessere Klimaschutzziele erreichen. Das heißt auch die Frage Grün in der Stadt und was bedeutet das eigentlich für Stadtentwicklung. Das Thema Mobilität ist wichtig. Wir sind Transitland als Hessen. Bei uns geht alles Mögliche durch, ja an Verkehr. Das ist ein wesentliches Thema und dann wollen wir schauen, dass wir die Kommunen einbinden, weil Hessen kann natürlich viel beschließen. Wir können auch auf bestimmter Ebene was tun, aber wir brauchen wiederum dann die Kommunen, die mitmachen, weil auf örtlicher Ebene sich auch ganz viel entscheidet an Klimaschutzmaßnahmen. So und das werden wir im nächsten Jahr als Schwerpunktthema uns vornehmen und ich hoffe, dass wir Ende nächsten Jahres da schon klarere Vorgaben haben, wie ein Klimaschutzplan aussehen kann und wie er umgesetzt werden kann. Und jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, Energie ist nicht Ihr Thema. Das macht Herr Tarek El-Wazir, der zweite Mann im Staat Hessen, stellvertretender Ministerpräsident. Das heißt, die ganze Thematik Energie sparen, Energieeffizienz ist bei ihm angesiedelt. Ziehen Sie da gemeinsam an einem Strang? Das machen wir. Es wäre jetzt auch schlecht, wenn es nicht so wäre, vor allen Dingen, weil wir ja auch noch aus einer Partei kommen, glücklicherweise in dem Fall und wir da sehr viel dichter zusammenarbeiten, als es früher zwischen Wirtschaft und Umwelt zum Beispiel der Fall war. Ich habe mich am Anfang auch, das kann ich ja offen sagen, geärgert, dass die Energie dann bei mir wegging. Ich habe aber Wohnen und Stadtentwicklung dazu bekommen, was ich für das Thema Klimaschutz nicht schlecht finde, muss ich inzwischen sagen. Wir haben natürlich vor, einmal die erneuerbaren Energien, sprich Windkraft vor allen Dingen, auszubauen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir das Thema Energieeffizienz, Energieeinsparung mit zu einem wesentlichen Eckpfeiler auch unserer Politik machen, weil das, was wir nicht verbrauchen, muss auch nicht produziert werden an Energie. Das ist erstens fürs Klima besser und zweitens auch noch fürs Portemonnaie. Ja, also ich meine, wir müssen ja auch immer noch an soziale Dimensionen von Energiekosten denken. Auch wenn wir sagen, Energiekosten müssen eigentlich die Wahrheit sprechen, im Sinne von, es muss klar sein, dass Energie was kostet, umso wichtiger ist dann die Frage, wo können wir eigentlich wie einsparen, dass die Menschen das auch tatsächlich merken, dass Energieeffizienz und Energieeinsparung sich lohnen. Christoph Balz, du klingst zwar nicht immer so, aber du bist Vertreter einer NGO, einer auch durchaus bissigen NGO. Ist das interessant, also gefällt dir das, was die Umweltministerin von Hessen hier vorträgt? Ach so, so war das gemeint. Ich dachte schon, ob es mir gefällt, Vertreter von der NGO zu sein. Können wir auch drüber sprechen. Also erstmal ist das mein Traumberuf, aber wir haben jetzt einfach ganz zentrale Aufgaben vor uns und da wird man jetzt sehen und da wird man auch jede Landesregierung dran messen, ob sie in diesen Bereichen jetzt tatsächlich Vorreiter ist. Am 3. Dezember wird bei uns hier im Kabinett darüber entschieden, über das Klimaschutzaktionsprogramm. Das ist ganz interessant, weil Deutschland hat sich für 2020 Bundeskabinett, ja, Bundeskabinett, weil Deutschland, aber das hat dann für die Länder viele Konsequenzen, Deutschland hat sich in 40% Ziel gesetzt, bis 2020, gegenüber 1990, die Emissionen um 40% zu reduzieren. Sie sind verpflichtet, im EU-Kontext das um 30% zu reduzieren und haben aber selber immer wieder gesagt, seit 2007, schon Gabriel und Merkel haben das damals zusammen gesagt, als sie nach Grönland gefahren sind, haben sie gesagt, wir werden 40% bis 2020 reduzieren. Jetzt ist aber klar, wir werden im Moment nur, wenn keine neuen Dinge beschlossen werden, jetzt werden wir nur ungefähr 31 bis 33% erreichen. Da klafft also eine garstige Lücke und die kann man nur schließen, wenn man mindestens in zwei Bereichen massiv nachlegt und das eine ist der Bereich Energieeffizienz und da sind wir bei den Gebäuden. Die sind da der allerzentralste Teil, aber es ist auch noch andere Energieeffizienzbereiche, die dabei eine wichtige Rolle spielen und das andere ist die Kohle. Wir müssen im Prinzip 50 Millionen Tonnen CO2 vor 2020 jährlich aus dem Fluss, aus der Kohle rausholen, dass wir stattdessen Gas verbrennen und keine Kohle verbrennen. Das sind die zwei Hauptaufgaben, die jetzt da sind und ansonsten werden wir nach Paris fahren und werden sagen müssen, wir haben unser Ziel reduziert und nicht erhöht. Das ist so viel zur Vorreiterrolle von Deutschland und jetzt von Hessen in dem Bereich Energieeffizienz ist die Umsetzung und es ist das letzte Mal daran gescheitert, dass sich die Länder und der Bund nicht geeinigt haben auf das Paket, das Anreizpaket für die Gebäude praktisch dazu. Hier haben die Länder sowohl jetzt bei der Vereinbarung, was wird tatsächlich beschlossen, als wir dann bei der Umsetzung sind die Länder zentral in der Rolle, wo sie vorankommen müssen und da ist es wirklich gut, wenn wir gute Minister haben, die diese Sache hier umsetzen dabei und das brauchen wir jetzt und daran werden wir jeden messen, ob das tatsächlich gemacht wird. In den Kohleländern ist natürlich noch eine zusätzliche Aufgabe und da haben wir das Glück, dass wir mit Herrn Remmel auch einen grünen Kohleminister in Nordrhein-Westfalen oder einen grünen Umweltminister in Nordrhein-Westfalen haben, der jetzt eine ganz schwierige Aufgabe dazu hat, in Nordrhein-Westfalen auch den Beginn des Ausstiegs aus der Braunkohle einzuleiten dabei. Und da hat er letztes Jahr einen ersten wichtigen Schritt gemacht, dass die Abbaufläche begrenzt worden ist, dass da nicht die neuen Dörfer, der Beschluss nicht gefasst wurde, die zu vertreiben sozusagen und das muss jetzt dieses Jahr in Gesetzesform gegossen werden und dann geregelt werden, dass die alten, die altesten Dreckschleudern vom Netz genommen werden. Und das sind die zwei wesentlichsten Punkte für die Klimapolitik bis 2020 in Deutschland. Das sind auch die Messpunkte für jeden Minister von uns. Frau Hintz, Sie haben eben gesagt, wir haben ja nicht so viel Kohle in Hessen, aber wir haben immerhin E.ON und ist nicht weit von hier in Groß-Krotzenburg und die haben, wenn ich das richtig sehe, noch kein Ausstiegsprogramm für ihre Kohlepolitik, sondern die setzen auf effizientere Kraftwerke. Ja, das ist richtig. Das gehört natürlich auch dazu, dass wir da rangehen und überlegen im Rahmen unseres Klimaschutzplanes, was wir da machen können. Aber ich sage ja, wir sind Gott sei Dank nicht so ein Kohleland wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg, ja, wo es ja im Moment noch die Bewegung gibt, noch richtig rein in die Kohle. Also insofern können wir, glaube ich, sind andere Schwerpunkte wie zum Beispiel Energieeffizienz für uns wesentlich wichtiger bis 2020, wobei ich das nicht vernachlässigen will. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind froh, dass Sie in Ihrem Ministerium auch Städtebau und Wohnen haben. Mir scheint aber, dass es da schon durchaus auch Zielkonflikte gibt. Also wir haben in Frankfurt beispielsweise ein Ziel, 20.000 neue Wohnungen zu schaffen. Da werden jetzt Neubaugebiete ausgewiesen, da wird innerstädtisch versucht, jede Freifläche zu bebauen. Meines Erachtens oft ohne Rücksicht darauf, dass Klimaschutz auch eben in der Stadt stattfindet. Also dass wir Frischluftschneisen brauchen, dass wir Grünflächen weiterhin brauchen, also um auch dem Klimawandel zu begegnen, wie er schon stattgefunden hat. Wie wollen Sie das handhaben? Also das ist natürlich wesentliche Aufgabe auch einer Kommune bei Bauplanungen das mit zu berücksichtigen. Frankfurt hat ja Gott sei Dank den Grüngürtel, der eingerichtet wurde, der etabliert ist und wo auch, glaube ich, keiner dran will. Aber es ist richtig, es wird natürlich, wir haben das Thema Innenentwicklung vor Außenentwicklung, was ich auch berechtigt und richtig finde, das unterstütze ich nachdrücklich, weil da, wo Wohnungen entstehen müssen, sollen sie nicht im Wesentlichen durch Zersiedelung noch der Außenbereiche, wo wir dann wieder Probleme mit oder Kollisionen in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flächen kommen. Aber trotzdem kann man Klimapolitik auch bei starkem Wohnungsbau mit einbeziehen. erstens muss nicht jede Fläche bebaut werden, zweitens muss man überlegen, bei der Bebauung, wie man trotzdem grün mitdenken kann, dann muss man überlegen, wo kann man auch Flächen wieder entsiegeln, die versiegelt sind. Das alles gehört zu einer gescheiten Bauplanung und Bauleitplanung dazu, auch zur Flächennutzungsplanung und wir erarbeiten oder stricken gerade unsere Richtlinien, Förderrichtlinien für die Stadtentwicklung um, dass solche Dinge berücksichtigt werden müssen bei der Förderung, damit wir die Kommunen auch nicht nur darin unterstützen, sondern auch anreizen, sich entsprechende Gedanken zu machen und wir hatten vor drei Wochen einen ersten Fachkongress auch dazu in Gießen mit Architekten, mit Stadtplanern, Stadtplanerinnen, der sehr gut besucht war und wo die Leute auch das dankbar aufnehmen, wo man merkt, das treibt die auch selber um. Also die wollen auch keine Städte, die nur aus Betonpflastern und Steinen bestehen und was wir auch dort diskutiert haben, ist ja die Erhitzung der Städte und damit auch die Klimaveränderung in den Städten selbst, die auch wieder zu gesundheitlichen Problemen führen, auch das bedeutet ganz klar, dass wir einen stärkeren Fokus darauf setzen müssen, wie wird eigentlich künftig hier gebaut. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Sie auch mal die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Da sind zwei Mikrofone, aber wer eine laute Stimme hat, auch gerne ohne. Bitte schön, vielleicht stehen Sie auf, das ist gut. Ich würde gerne daran erinnern, dass es nicht erst 1992 angefahren hat, sondern 20 Jahre vorher, da haben wir schon mal die große Konferenz und das wird schon mal gleich weggezucht und mal zuzubehalten, noch 1992 angefahren haben, es ging leider schon weg, noch nicht das Unschöne, auch die Fresse Polen, Sie haben die Sachen mit Polen beschrieben, also das war schon ein Starkstück, was nicht die Polen genau kam zu ihrer Konferenz da, aber die Unehrlichkeit unserer Deutschen sind also, wir haben jetzt wieder gestern und heute im Radio berichtet, die Kohlekraftwerke werden hier angeschaut, dann geht man mit Strom an Börse in Leipzig macht den Strom da billig, damit die Leute schön sauer werden, die hier die Differenz bezahlen müssen zu dem erneuerbaren Strom und die erneuerbaren Energien, die da sind von Strom gewählten Flüchen, drückt man den Ohl in die Leitung rein, dass wieder stocksauer sind, dass sie ihren Strom haben, gerne verkaufen möchten, also die Leitung zugedrückt werden von Deutschland, weil man hier Kohle anschaltet, obwohl man den Winsch vor hat, dann darf Bayern seinen Sonderholle spielen, also das ist so unglaublich von Klimakonferenz und das nicht mal eine grüne Partei in Berlin, dass man wirklich zum Skandal macht, dann darf Frau Möhn mal wieder was sagen, dann darf man mal wieder ein gutes Interview von Frau Möhn hören, das war's wenn ich darf, vielleicht reagiere ich darauf, was war 1972 und war's eine Klimakonferenz, also ich möchte jetzt nicht ganz rosinenpickerisch sein, 1972 war die erste Konferenz der Vereinten Nationen, in der es um die menschliche Umwelt, so war der David Titel ging, es stand da vor allem im Vordergrund eine Ressourcenfrage, das war damals die erste Berechnung, die es gab, die Frage der Endlichkeit der Ressourcen, bei denen auch die Frage von Kohle eine Rolle gespielt hat im Nachgang, aber es war keine Klimakonferenz, sondern die Frage von Klimafragen ist wissenschaftlich aufgekommen in den 80er Jahren, in den 70er Jahren waren die ersten Naturwissenschaftler, die gesagt haben, anscheinend gibt es einen Zusammenhang zwischen CO2 und anderen Gasen und dem sogenannten Treibhauseffekt, bis sich das dann auf einer internationalen Ebene durchgesetzt hat, ist es im UN-Rahmen 1988 die erste Vorbereitungskonferenz, 1990 wurde das erste Verhandlungsgremium eingesetzt, welches eine Klimaverhandlung vorangebracht hat. Das ist jetzt aber, das ist halt immer die Frage, dass es im deutschen Diskurs geht, so auch Nachhaltigkeit und Klima und Verlust Biodiversität, das hängt ja auch alles miteinander zusammen und deswegen geht es auch ein bisschen kreuz und quer an der Stelle. Aber jetzt wirklich ein Klima-Rahmen-Vertrag, UNFCC, sie ist 1992 ausgehandelt worden, Kyoto-Protokoll nachfolgend und jetzt halt die Frage, wie sieht das neue Vertragswesen aus? Es ist, weil Sie jetzt Deutschland die Kohle angesprochen haben, ich möchte was anderes in Deutschland ansprechen, wir haben in Bonn den Ort, in dem die Vorbereitungsverhandlungen stattgefunden haben, für Lima und viele Konferenzen stattgefunden haben und wenn ich mir die Tagespresse angesehen habe, sorry, ich höre wenig Radio, da komme ich tagsüber nicht so zu, wenn ich mir die Tagespresse von, sagen wir, von Rundschau bis FATS und Süddeutsche und wie auch immer man das betitulieren möchte, habe ich nichts darüber gefunden, dass die Vorverhandlungen hier ein paar Kilometer entfernt stattgefunden haben, ich habe keine Aufrufe gesehen, vielleicht habe ich die Bonner NGO Szene da auch zu wenig wahrgenommen, obwohl ich da eigentlich ein nahes Ohr habe, es gab ja auch keine Skandalisierung, es gab keinen Punkt, hier wird gerade verhandelt, was in Paris verabschiedet werden soll, es sind ja eher dann die kleinen Expertenzirkel, die Bescheid wissen und in der Öffentlichkeit geht es vorbei, man könnte ja auch sagen, man versucht die 700.000 oder 400.000 aus New York kriegt man nicht in Bonn auf die Straße, das ist mir schon klar, aber wenn bekannt gewesen wäre, dass jetzt gerade Ende Oktober die Verhandlungen waren vor wenigen Tagen, vielleicht hätte das ja was verändert auch nochmal, also das ist ein Plädoyer sowohl an die Zivilgesellschaft, sorry, klar, ich mache es mir jetzt einfach, sage, warum machen NGOs nichts, aber es ist vor allem auch eine Frage an eine unabhängige und kritische Berichterstattung, die langfristig Dinge aufgreift und nicht, dass immer, also klimapolitische Berichterstattung ist immer so das Kaninchen aus dem Hut, Kopenhagen scheitert, ich nehme an, Sie stimmen mir zu, dass Kopenhagen scheitert, war nicht nur während der Verhandlungen in Kopenhagen klar, sondern war mindestens einen Monat vorher, wenn nicht ein halbes Jahr vorher klar, dass man zumindest in sehr schwierigen Gewässern kommt, da aber die Berichterstattung immer wieder so da ist, dass es so ein Überraschungsmoment ist, gibt es auch keine Möglichkeit meiner langfristigen Mobilisierung. Ich glaube nicht an irgendwelche politischen Veränderungen aus Kopenhagen. Wenn man dann nationale und an der Länderebene sieht, wenn man da Ansteuerungsprozesse voranbringen will, wo ist der kurze oder ist der Ladehebel? Ich meine, im Eindruck hängt es am Kopf der anderen Länder, also die lassen sich da sicherlich überzeugen, mit verschiedenen anderen Argumenten, mal davon abgesehen, dass ein Neulich-Jahrs, die Industriepolitik angeht, eine langfristige Scheinart vorweisen kann. Also, die haben überhaupt keinen Grund, irgendwie ein breites Kreuz zu zeigen. Also, für mich ist unverständlich, warum gerade die Ansteuerung nicht aus der Kohle herauskommt, wo man dann, also ich kenne das übliche Argument, was ein strukturschwaches Gebiet, Arbeitsplätze schwimmen, aber sondern nicht dran nur strukturschwach, weil sie genau diese Kohle haben. Gut, Christoph, vielleicht erst nochmal zu der Mobilisierungsfrage und dann schauen wir mal, wer zur Kohle nochmal antworten möchte. Die Klimagipfel entscheiden sich nicht bei den Verhandlungen, sondern ob vorher politischer Wille in den jeweiligen Nationalstaaten organisiert werden kann. Von dem her haben die deutschen Zivilgesellschaftsorganisationen Greenpeace, WWF, BUND, German Watch und andere jetzt im Oktober eine ganz klare Präferenz gehabt, dort wurden die EU-Klimaziele entschieden, die entscheidend, da wurde entschieden, mit welcher Verhandlungsposition die EU in Paris auftauchen wird. Und wir haben ganz, ganz viel, auf ganz vielen Ebenen, in den Wochen vorher und in den Tagen, das war genau während der UN-Klimaverhandlung, diese Entscheidung, dafür gemacht, wir waren auch in Bonn präsent gewesen, aber das war eine Vorbereitungsveranstaltung, die, wenn man die versuchen würde, der Presse zu erklären, über was da verhandelt worden ist, ganz schwer überhaupt nur darstellbar ist, sondern wir haben das fokussiert auf die Entscheidungen, die in der EU getroffen werden müssen, die einzigen Presseerklärungen, glaube ich, die von NGO-Seite gemacht wurden, wurden von Schwerenbutsch gemacht, also von dem her, wir haben versucht, auch dazu was zu machen und ein paar Interviews gegeben und so, aber der Fokus war ein anderer und den finde ich richtig und wir haben dabei erreicht, weil das eben ein paar Mal ein bisschen anders gesagt wurde, dass am Schluss die Zahlen, vor die alle, vor alle Zahlen ein Mindestens davor gestellt worden ist und das im Vorspann gesagt wurde, im Lichte der Verhandlungen von Paris wird die EU sich wieder die Frage vornehmen, ob diese Ziele erhöht werden, also im nächsten Jahr. Das ist nicht das, was wir haben wollten, gar keine Frage, wir hätten die jetzt gerne schon entschieden gehabt, wesentlich höher, sodass das passt, aber ansonsten wären die Klimaziele bis 2020 eingeloggt gewesen, bis 2030 eingeloggt gewesen, bis 2030, dass wir nicht mehr hätten dran können, wenn es mindestens nicht davor gekommen wäre. Deswegen fanden wir das, den Kampf wert, um hier nicht nicht nur jetzt im nächsten Jahr, sondern auch darauf folgend, die Möglichkeit zu haben, höher zu kommen, ohne Riesenprobleme rechtlicher Art dabei zu haben, hierbei mit voranzukommen. Das war unser Hauptfokus jetzt dazu. Zu Vattenfall oder Brandenburg, das wird ja jetzt im Moment dadurch, dass wir in Schweden eine neue Regierung haben, die endlich jetzt die Konsequenz gezogen hat, ich glaube, vorhin wurde es schon im Vorspann hier kurz angesprochen und gesagt haben, es geht doch nicht, wir als Schweden sind der Vorreiter im Klimaschutz in Europa und dann hat unser großes Unternehmen, Vattenfall, betreibt die Braunkohle in Deutschland, das kann ja wohl nicht sein, und gesagt haben, okay, die Burschen sollen das mal verkaufen oder irgendwas Sinnvolles damit machen und dieser Prozess, was passiert jetzt damit? Mir wäre es lieber, die würden das behalten und würden einen geregelten Ausstiegsplan vorlegen dabei, anstatt dass das an jemand anderen, das wäre möglich, verkauft wird, der versucht damit möglichst lang und viel Braunkohle noch zu verbrennen. Es wird schwierig sein, überhaupt einen Käufer zu finden dafür, weil man auch mit Braunkohle absehbar, wenn die Erneuerbaren steigen, immer weniger Geld verdienen kann und von dem her wird es eine ganz spannende Situation und wenn der Staat Brandenburg oder seine Nachbarstaaten mit einsteigen wollen dabei, dann ist die Schuldenbremse in diesen Ländern gekippt, dann ist, das ist ein Punkt, der von der Subventionen so viel bedeuten würde, was hier mit reinfließen muss, dass ich, obwohl da jetzt eine ganze Reihe Akteure von reden, nicht glaube, dass das kommt. Dass Brandenburg jetzt hier die Braunkohle mit aufkauft und von dem her wird das jetzt eine sehr spannende Diskussion dazu werden, ob es gelingt, dass in einen sozialverträglich geregelten Ausstieg, und da muss man die soziale Seite immer mitbedenken und wirklich auch Perspektiven für die Region, so wie Sie das eben auch angedeutet haben, man muss auch mit Brandenburg was anbieten dafür, wenn die hier in so eine Richtung hineingehen und den Menschen, die betroffen sind, was anbieten dafür, aber das steht jetzt an für Deutschland und ist eine der ganz wichtigen Wegscheiden, vor dem wir stehen. Noch mal eine Ergänzung? Ja, also ich fände es auch besser, wenn Wattenfall tatsächlich drin bleibt und einen Ausstiegsplan macht, weil ich das auch wegen der Sozialverträglichkeit und der Möglichkeit, im Land wirtschaftlich was umzustrukturieren, es sehr viel verträglicher fände, dass irgendein anderes Bundesland im Rahmen des Länderfinanzausgleichs sich irgendwie am Kauf beteiligt, das glaube ich jetzt nicht, gell, also wer sollte das machen? Aber ich wollte noch einen Punkt einführen bei der Frage, was kann man eigentlich auch politisch machen, um gegen diese vielen Kohlekraftwerke auch mal anzugehen und auch gegen das Hochfahren und Einspeisen, ich meine, es liegt ja daran, dass die Kohle total günstig ist im Moment, so und dann sind wir auch wieder beim Zertifikatehandel und da ist in der EU ja, also soweit ich das verstanden habe, eigentlich soll erst nach 2021 dran gegangen werden, es besteht aber wohl die Möglichkeit, vorher schon auch dieses Thema aufzunehmen, wenn es Not tut und ich finde, da müsste man politischen Druck entfalten, weil wenn der Zertifikatehandel tatsächlich auf andere Beine gestellt würde, dann wäre die Kohleverstromung sehr viel teurer und dann wäre das nicht mehr wirtschaftlich auf Dauer und dann könnte man auch sehr viel stärker darauf dringen, dass ein frühzeitiger Ausstieg erfolgt und das ist was, was die Politik auch zusammen mit Unterstützung von NGOs tatsächlich auf den Weg bringen kann noch in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen, die Dame hinten und dann Sie. Ja, gerne Mikro. Ich versuche das mal. Sagen Sie auch, wer Sie sind, damit wir dann auch reagieren können mit oder hier vorne. Da ist in der Tat kein Licht im Moment, aber hier vorne, schauen Sie, da ist noch ein Mikrofon. Also, mein Name ist Friedrich Schumann und ich habe noch was aufgemacht. Ich hoffe, ein Kommentar kommt, eine Frage und der Kommentar ist jetzt auf das Selten von Priska Hinz, Ministerin, dass sie froh ist, dass jetzt Wohnungsbau bei ihrem Ressort Umwelt gelandet ist. Ich kann das nur unterstützen, dass es, glaube ich, eine sehr gute Maßnahme ist, weil ergänzend zu dem, was Sie schon aufgeführt haben, ja, gerade im Städtebau große Chancen liegen, was die Optimierung von Energie angeht. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass Energie nicht mehr bei Ihnen ist, aber man sollte nicht unterschätzen, dass sozusagen die autarke Energieversorgung von größeren Gebäuden eine Chance ist, zum Beispiel was Solar angeht, was Heißwasser Optimierung angeht, auch, dass wir eine Energieeffizienzsteigerung haben können, wenn wir die vernünftig dämmen. Man sollte nicht vergessen, dass sozusagen eine Versiegelung von Flächen außerhalb von Städten ein sehr viel größeres Klimarisiko darstellen, als eine Aufheizung von Städten insgesamt und es auch so ist, dass normalerweise Mehrfamilienhäuser sehr viel energieeffizienter arbeiten können als einzelstehende Einfamilienhäuser in der Fläche. Also ich denke, da ist viel Potenzial verhandelt. Jetzt komme ich zu meiner Frage, die geht in eine ganz andere Richtung. Was mich interessieren würde ist, und das macht mir ein bisschen Sorgen, inwieweit bei den nächsten Klimazielverhandlungen ein, bei uns vielleicht Wiedereinstieg, aber ich sag es mal sonst, weltweit großes Potenzial an positiven Stimmen zuzüglich einer Atomkraftnutzung wieder eine Rolle spielen werden, weil es da ja doch immer wieder sehr viele Personen gibt, die die Meinung vertreten, dass das zu fördern sei, weil es eben so schön CO2-neutral ist. Und ich mir vorstellen kann, dass es Organisationen gibt, ich weiß auch nicht, wer das am besten beantworten kann, vielleicht der Herr Balz von der Front sozusagen, viele Organisationen gibt, die dieses mit in die Backschale werfen sollen, das gibt ja Tendenzen aus China, sieht man ja bereits, wo man vielleicht dann sagt, naja, wenn wir das jetzt nicht erreichen unsere 2 Grad, dann die einzige tolle Lösung, die uns jetzt noch einfällt, ist Atomkraft, weil es eben CO2-neutral ist. Und ich sehe da auch Tendenzen langsam wieder in Deutschland, dass wir vielleicht auch wieder in solch eine Richtung kommen werden, also der, ich bezweifle das ein bisschen, ob der Ausschnitt da bei uns wirklich 100% erfolgreich bleiben wird. vielleicht sagen Sie nur noch einen Satz, wo Sie diese Tendenzen sehen? Also es drehen ja jetzt bereits irgendwelche sogenannten grünen Drogen auf, die auch dieses Thema wieder vorantreiben, also sozusagen, was hilft uns eigentlich nicht der hohen Einstieg oder der Niedereinstieg an dieser Fragestellung. Ja, also das ist sozusagen die eine Tendenz, die ich sehe und ich glaube auch, dass der Ausstieg aus der Förderung der regenerativen Energien nicht auch durch eine Lobbyarbeit von anderer Seiten bei uns gemessen ist. Also das heißt sozusagen, dass wenn wir wirklich daran festhalten würden, wenn wir diese Vorweiterrolle eingehen wollen, von der wir nach Deutschland gesprochen hätten, dann würden wir nicht einen Ausstieg aus der regenerativen Förderung machen sollen, weil es war ja so, dass die europäischen Staaten sehr genau beobachtet haben, was passiert in Deutschland, wie ist die Tendenz und auch der Ausbau der Windkraft in Deutschland würde nicht in den Deutschland warten, sondern in allen umliegenden Staaten. Das will anfangen, Energie zu exportieren und eben auch betrachtet bei Innerhand von Europa. Ja, danke. Vielleicht nehmen wir Ihren Beitrag noch mit dazu. Christine Peters ist mein Name. Meine Frage wäre, mal angenommen, wie wir erwarten, Paris würde sich positive, wunderbare aufregende Ziele setzen tatsächlich. Wie stellen Sie sich das dann auf einer globalen Ebene, wie stellen Sie sich ein Szenario der Umsetzung vor? Gerade wenn es um die größten Emissionsverursacher geht, die ja, die Global Player, mit denen wir es zu tun haben, sind ja unter anderem fünf Multikonzerne in den USA, die Lobbyarbeit ist entsprechend, also in den Bereichen Energie, Gas, Atomkraft zählt für mich genauso dazu mit den Folgeschäden, Öl, aber auch die Global Player, die gerade dabei sind, die Ressourcen weltweit auszubeuten, einerseits, wenn wir sehen, wenn es um Ausbeutung von Rohstoffen im Kongo in den Ländern, in denen es noch welche gibt und der ganze Krieg der Ressourcen, der damit verbunden ist, aber auch die großen Emissionsverursacher in der industriellen Landwirtschaft, also das heißt Nahrungsmittelproduktion, Monsanto etc., Luftfahrt, Militär und so weiter und so weiter. Wir haben es hier mit großen, weltweit großen Verursachern zu tun, die aber auch die Macht in Händen halten. Wie sieht dann ein Umsetzungsszenario aus? Wie stellt man es sich vor auf der politischen Gesetzesebene? Wie wirken da die Kräfte zusammen, um diese Ziele dann auch im Laufe der nächsten Jahrzehnte umzusetzen? Das wäre meine Frage dazu, gibt es da sozusagen schon Pläne oder Gedankenspiele? Gibt es auch Chancen? Und wie hängt das Ganze eigentlich mit diesem Emissionshandel zusammen, den ich immer noch nicht ganz verstehe, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, das ist auch eigentlich schon wieder so ein Machtinstrument, das durch und durch korrupt ist. Ich verstehe es nicht. Und braucht man den überhaupt noch, wenn man dann die Ziele von Paris erreicht hat? Die wir ja noch gar nicht haben. Dankeschön. AKW-Renaissance, ist so etwas zu befürchten ernsthaft? Christoph Balz. Also in Deutschland würde ich wetten, dass wir kein neues Atomkraftwerk bekommen. Würde ich gerne um 1.000 oder 10.000 Euro wetten. Also ich meine das wirklich ernst. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wo ich nicht unbedingt für wetten würde, ist, dass das Ausstiegsdatum 2022 in Bayern das letzte Wort ist. Denn da ist die Politik der Landesregierung in Bayern, dass man auf der einen Seite praktisch verhindert hat, dass noch Windkraft in Bayern gebaut werden kann, durch die Abstandsregelung, die man in Bayern für Windkraftwerke gemacht hat. Und dass man auf der anderen Seite jetzt die Stromnetze verhindert, die Windkraft aus anderen Teilen Deutschlands nach Bayern hineinbringen können. Das heißt, dass man danach, entweder wird man das mit Gas ersetzen müssen, und damit wird der Strompreis in Bayern ungefähr 10 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt werden. Oder, und dann befürchte ich, dass dieser Druck, dann lassen wir die doch ein paar Jahre länger laufen, hoffen, dass das dann so eine Diskussion wird, die dabei mit angeschoben wird. Das sehe ich als eine Tendenz für Deutschland. International ist das aber wesentlich dramatischer, die Situation. Und da ist so, dass Großbritannien der große Antreiber in Europa ist für Kernkraft. Da gibt es seit ungefähr 15 Jahren in der gesamten politischen Elite einen Konsens, dass man in die Kernkraft rein will. Jetzt baut der französische Energiekonzern, der baut jetzt ein Atomkraftwerk in Großbritannien, und jetzt sieht man, wie das subventioniert werden muss, das ist mehr als bei uns in den teuersten Zeiten die Photovoltaik subventioniert werden musste, pro Kilowattstunde. Also eigentlich könnte man sagen, das ist ein tolles Lehrbeispiel für ganz Europa, wie teuer jetzt die Atomkraft ist, und dass es keinen ökonomischen Grund mehr gibt, keinen wirtschaftlichen Grund mehr gibt, Atomkraft zu bauen. Aber, bitte? Das könnte man beim Finishing auch schon zeigen können, da hätte man nicht das frottische erst noch bauen müssen, da haben Sie schon recht. Aber was jetzt im Moment in China man sich vorgenommen hat, 100 neue Atomkraftwerke zu bauen, die wollen viel, viel mehr an erneuerbaren Energien machen, auch von der absoluten Menge, als wie mit Kernkraft, aber die wollen auch 100 neue Atomkraftwerke bauen. Und wenn China das durchzieht, kann es sein, dass dadurch, weil massenweise Atomkraftwerke gebaut werden, Atomkraftwerke auch wieder deutlich kostengünstiger werden. Da sehe ich ein gewisses Risiko drinnen, dass damit dann auch ökonomisch wieder ein Weg dazu geebnet wird. Das ist aber ein Problem, wo wir uns mit in zehn Jahren beschäftigen müssen. Wenn man dann sieht, hat China das gebaut und ist das kostengünstiger geworden und ich hoffe, dass die erneuerbaren Energien deutlich mehr kostengünstig geworden sind dann, dass also die Wettbewerbssituation trotzdem dann eindeutig für erneuerbare Energien aussieht. Aber nichtsdestotrotz ist das so, für die allermeisten Länder ist es eigentlich heute so, dass man sagen kann, nur wenn man mit Atomwaffen auch Interessen hat, ist es noch rational in neue Atomkraftwerke zu investieren. Das heißt, man kann eigentlich sehen, dass man sagt, wenn jemand irgendwie so Regionalmacht sein will und auch mal Atomwaffen haben will, dann kann das natürlich aus dieser strategischen Sicht sinnvoll sein und das sollte man auch klar benennen, dass das nicht eine rationale Energiepolitik ist, die dabei betrieben wird. Zum Emissionshandel. Wir werden das Klimaproblem in dieser Welt nicht lösen, wenn wir nicht einen deutlichen CO2-Preis bekommen. Der braucht gar nicht so hoch anfangen, aber es muss klar sein, der wird schrittweise stärker. Ansonsten werden wir wirtschaftlich erleben, dass die Vorreiter, die wir brauchen, diese Vorreiter-Koalitionen und die Energiewende und anderes als Vorreiter, ganz klar, die brauchen wir, aber dass damit, weil die weniger fossile Energieträger benutzen, werden die fossilen Energieträger im Rest der Welt kostengünstiger und damit werden sie mehr nachgebracht. Und wir brauchen diesen CO2-Preis. Und da ist jetzt die CO2-Steuer oder Abgabe ist der eine Weg, wie man das machen kann. Das Ordnungsrecht ist ein indirekter Weg, wie man das machen kann. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen dabei. Und der Emissionshandel ist der dritte Weg, wie man das machen kann. Aber eine Kombination von diesen Dingen brauchen wir in allen wichtigen Schlüsselstaaten dieser Welt schrittweise aufgebaut. Und jetzt kann man bei allen drei Dingen Schlupflöcher reinbauen, dass die Dinge wirkungslos werden. und so hat man es beim Emissionshandel in der EU gemacht, dass man ein eigentlich ganz gut aufgesetztes System, da hat man dann erst mal schon am Anfang zu viel verteilt von diesen Zertifikaten, dann hat man erlaubt, dass man auch Entwicklungsprojekte, Klimaprojekte in Entwicklungsländern machen durfte, sogenannte CDM-Projekte, wo ganz kostengünstige Zertifikate in den Markt mit reinkamen. Und dann kam die Wirtschaftskrise und da hat man keinen Mechanismus für gehabt, dass plötzlich die Emissionen stark zurückgehen aus wirtschaftlichen Gründen, weil eben weniger Wirtschaftskraft da ist und damit ist der CO2-Preis jetzt bei 5 Euro pro Tonne ungefähr im Keller, das heißt, wir bräuchten, um Veränderungen herbeizuführen, mindestens ungefähr 40 Euro pro Tonne, damit es Investitionsentscheidungen verändert. Die werden wir vor 2020 auf jeden Fall nicht bekommen, egal was wir jetzt machen, auch wenn man es gelingt, ab 2017 diese Reform, die ich hoffe, dass sie kommt, dass man die mit jetzt erreichen könnte, im März ist da das Entscheidungsdatum dafür auf EU-Ebene, ob man diese Nachbesserung des Emissionshandels schon vorzeitig bekommen kann und nicht erst nach 2020, aber das wird den Preis ein Stück stabilisieren und ein Stück höher bringen, aber nicht so, dass damit Investitionsentscheidungen im Energiebereich es dafür schon relevant wird und deswegen brauchen wir vor 2020 auch andere Maßnahmen, ordnungsrechtliche oder politische Maßnahmen, um Kraftwerke aus dem Markt zu drängen. Jetzt war da noch die Frage nach dem Einfluss der Global Player, den man ja eigentlich auch umgekehrt stellen kann, also wie stark wirken die ein darauf, dass Klimaschutz auf internationaler Ebene nicht stattfindet in dem Maß, wie es sein müsste. Sie haben es anders gestellt, aber das wäre, glaube ich, eine Frage an Frau Brühl. Ich denke, die könnten wir wahrscheinlich auch alle beantworten, weil es im Endeffekt geht das bei der Frage um die Frage, was ist Politik und wie funktioniert Politik? Und das ist jetzt eine große Frage der Praxis und Praxis wenigstens und recht was sagen kann, so will ich es aber nicht aufziehen, keine Angst. Die Frage ist, wenn wir ganz klassisch über sprechen, wer bestimmt, dann haben wir Staat, haben eine Wirtschaft und haben eine Zivilgesellschaft. Das ist so ein klassisch liberales Staatsverständnis. Man kann es auch anders sehen, aber mit dem arbeite ich jetzt mal einen kleinen Moment. Also alle Neomarxisten mögen mir verzeihen, dass ich jetzt gerade ein liberales Verständnis habe. Wenn wir davon ausgehen, es gibt drei Sphären, dann ist die Frage, wer reguliert. Das wäre der Staat. Jetzt war Klimapolitik bis inklusive Kyoto so, dass klar war, es gibt verbindliche Ziele, diese 5,2 Prozent, die Industriestaaten reduzieren mussten im Durchschnitt, die Staaten vereinbaren das und müssen es national umsetzen. Und jetzt hinkt dieses Bild an zwei Stellen. Erstens, wenn man an den Klimakonferenzen mal teilnimmt, ist es ein großer Spaß zu sehen, wer da alles sitzt. Denn die UNO-Verhandlungen haben sich seit langem geöffnet für Zivilgesellschaft, aber auch für Industrieverbände. Das heißt, man sieht ein wunderbares Portfolio von sehr unterschiedlichen Interessen, von denen einige mit viel Finanzkraft da sind und dann gibt es nette Side-Events immer und es gibt noch Einladungen und es gibt Gespräche an der Seite, die mal mit mehr und mal mit weniger Ressourcen betrieben werden. Das heißt, klar, es gibt Lobbyismus, das haben Sie auch gesagt, man kann immer sagen, die Konferenz selbst ist halt nur eine Konferenz, das ist aber für mich immer der Kristallationspunkt, der Ausdruckspunkt, was man da sieht, ist all das, was hinter verschlossenen Türen im nationalen Rahmen noch viel stärker gelaufen ist. Das heißt, klar gibt es einen Lobbyismus, aber trotzdem, jetzt ist die Frage, wie geht man damit um, Lobbyismus von allen Seiten, auch von German Watch auch, dem Climate Action Network oder wem auch immer, an Verbänden, auf der, in Anführungsstrichen, anderen Seite. Was macht man jetzt? Also wenn man sagt, es gibt diesen Lobbyismus, auch von Unternehmen, gibt es jetzt zwei Sichtweisen, die einen sagen, okay, wir haben mit Staaten, haben wir immerhin Personen, die mehr oder weniger demokratisch gewählt sind und deswegen müssen Staaten nach wie vor die Entscheidungsgewalt haben. So hat die Vereinten Nationen haben so funktioniert, bis in die 80er Jahre hinein. Seit den 90er, Ende 80er, Anfang 90er Jahre sehen wir, dass sich da was verändert hat, dass in der UNO selbst das Verständnis ist und die Klimaverhandlungen finden ja noch Gott sei Dank im Rahmen der Vereinten Nationen statt, dass sich ein Verständnis geändert hat von Regulation der Unternehmen, also Top-Down, Staatengemeinschaft will Unternehmen, TNCs regulieren, hinzu, ach, wir haben so große Probleme und die Staaten haben so wenig Geld geht und dann gibt es und dann gibt es auch die Melinda Gates Foundation im Gesundheitsbereich und das könnten wir jetzt in allen möglichen Bereichen noch fortführen mit dem Gedanken, es ist schlauer, Unternehmen, Unternehmensverbände mit an Bord zu nehmen, um global Probleme zu bearbeiten. Und an der Stelle oute ich mich immer als unglaublich traditionell, weil ich dann sage, nee, das ist für mich nicht der richtige Weg. Ich bin Etatistin an der Stelle, ich glaube an den Staat als Regulierungsorganisation und deswegen bedeutet das erstmal, wir brauchen ein intergouvernementales, eine zwischenstaatliche Vereinbarung und nicht so ein freiwilliges Partnerschaftsmodell, wie wir das im Entwicklungsumwelt, Gesundheits- und so weiter Bereich haben. Wenn man das zu Ende denkt, ist halt die Frage, wie geht man dann mit Regulierung an der Stelle, also wie hält man das durch und dann brauchen wir an der Stelle Staaten, die sich einlassen und das ist der zweite Punkt, da haben wir, glaube ich, wirklich eine Differenz, das würde ich gerne nochmal, in den Mittelpunkt stellen, weil wir bei ganz vielen Sachen deckungsgleiche Positionen haben. Es ist für mich ein Unterschied, ob es eine internationale Vereinbarung gibt, bei der verbindlich für alle Staaten feste Reduktionsziele gesetzt werden oder ob wir, wie jetzt in dem EDP-Prozess angelegt, jeder Staat mal so sagt, ach, unser Basisjahr ist 1990, ach nee, das passt nicht so gut, unser Basisjahr ist lieber 2000 und wir reduzieren um 20, ach nee, lieber nur um 17 oder um 5 Prozent. Das ist eine Frage vielleicht, also es ist eine Frage, welche Form der Regulierung man hier mehr Zukunftskraft zuweist, also die, die sagen, wir lassen das so in dem Bottom-up-Prozess und schauen, was kommt und dann entwickelt sich eine Dynamik, gehen halt davon aus, dass ein Innovationspotenzial sich entwickelt. Ich bin an der Stelle skeptisch, weil die amerikanische Klimapolitik, Klima-Innenpolitik hat immer so funktioniert, jenseits von Lobbyismus oder wegen Lobbyismus sei dahingestellt, es war immer der Ansatz, man macht das freiwillig und man hat den selben Ansatz wie China, also es geht an der Stelle um die, nicht nur um die Verminderung der Emissionen an sich, sondern der Treibhausgasintensität, also des Einsatzes von Energie für die Produktion und ich bin davon nicht überzeugt, ich sehe da nicht den großen Cut, die große Veränderung und das große wirtschaftliche Umdenken, deswegen wäre für mich altmodisch wie ich bin, der Weg, erstens, wir brauchen was Intergouvernementales und zweitens, was Verbindliches und ich glaube, vielleicht habe ich Sie da jetzt auch zu sehr oder zu falsch gehört, aber ich glaube, da haben wir einen unterschiedlichen Punkt. Also ich habe ja vor allem beschrieben, was ich sehe, was als Ergebnis von Paris da sein wird, und da ist die Idee, dass wir top down ein Abkommen, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, bekommen, ist tot, mausetot. Gibt es niemanden der ernsthaften Akteure, die dieses Abkommen doch noch will. Von dem her ist das vorbei, in meinen Augen, China will es nicht, ja, der großen Akteure, China will es nicht, USA wollen es nicht, die EU tritt noch dafür ein, weiß, wissen aber, dass sie es nicht bekommen und es ist aber total wichtig, dass sie doch dafür eintreten, sage ich gleich warum. Indien will es nicht, Brasilien will es nicht. Damit sind es 70 Prozent der Emissionen auf diesem Planeten mit diesen Ländern, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die das nicht wollen und ohne die ein Abkommen zu machen, hat keinen Sinn. Die USA müssten mit einer Zweidrittelmehrheit zu Hause ratifizieren, wenn man so ein Top-Down-Abkommen macht, schauen sich die Wahlen an, wie die gestern ausgegangen sind in den USA, 85 Prozent der Republikaner, die dort gewählt worden sind, sagen, Klimawandel ist kein Problem, 85 Prozent der Republikaner, die jetzt dort mit der Mehrheit gewählt worden sind. Und dann zu denken, dass man das mit Zweidrittelmehrheit ratifizieren könnte, nie und nimmer. Von dem her, und dass die anderen Staaten das machen ohne die USA, nie und nimmer, glaube ich einfach nicht. Und dann glaube ich an die Second Best Solution, ich stimme Ihnen hundertprozentig zu, dass ich, wenn wir uns die Welt machen könnten, wie sie wollte oder so, dass ich bei Ihnen wäre und sage, das ist mir viel, viel lieber. Das ist nicht aus einer theoretischen Einsicht, sondern aus der praktischen Frage, was können wir jetzt als Second Best Solution denn dabei mit hinbekommen. Und dann muss man jetzt aber nochmal abschichten, ich habe nicht gesagt, wir bekommen jetzt so ein Abkommen, wo dann jeder sagt, na, mein Basisjahr ist das und so weiter und so, sondern das hoffe ich, dass wir das rechtlich verbindlich hinbekommen. Das heißt, dass wir jetzt diese Vergleichbarkeit, was ist eine Tonne CO2, die reduziert wird, da kann man sich alles Mögliche einrechnen und abziehen und sonst was, dass das einheitlich gemacht wird. Dass das Basisjahr einheitlich gemacht wird oder dass es vielleicht für verschiedene Ländergruppen festgelegt wird, dass man sagt, okay, für die Schwellenländer fängt man jetzt später an und nicht 1990 oder so, aber dass es dann für die einheitlich gemacht wird dabei. Und dass also diese Vergleichbarkeit, dass die rechtlich verbindlich geregelt wird in diesem Abkommen. Und dass dann die Staaten eine Verpflichtung eingehen, das, was in dem Annex da steht, da steht, rechtlich verbindlich, national zu verabschieden, ohne, dass das aber, das würde für die USA bedeuten, um das so nur von der rechtlichen Bedeutung her, dass das ein US-Präsident, weil er das Ziel nicht ratifizieren muss, dann dabei, dass er das mit Executive Order, das heißt, indem er eine, wie übersetzt man das in Deutsch, eine Präsidialverfügung macht, dass das umgesetzt werden kann, dass es dann für die USA gültig ist. Und das erhoffe ich mir, dass da, dass das von den USA und China im Laufe des nächsten Jahres als eine rechtlich verbindliche Umsetzung praktisch davon in den USA über diesen Umweg bekommt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Obama das jetzt mit den Mehrheitsverhältnissen noch machen kann. Deswegen setze ich im Moment auf diesen Pfad, den ich für besser halte, als wie das die Alternative ist, entweder man hat ein Abkommen, wo man weiß, die USA ratifizieren es nicht und dann ganz andere, ganz viele andere ratifizieren es auch nicht oder dass man das Ganze scheitern lässt. Herr Zwengel. Ich wollte noch mal eine Frage zu einem Instrument stellen. Herr Walzer, das hat gerade zum Schluss erwähnt, nämlich die CO2-Abgabe. Die Schweiz hat ja, ich weiß nicht mehr genau, wann hat die CO2-Abgabe eingeführt. Offensichtlich funktioniert sie bezogen auf das Ziel, die CO2-Reduktion zu erreichen, ziemlich gut. Und weil es eben keine Abgabe ist und sie zurückfließt an diejenigen Haushalte, die eben auch CO2 eingespart haben, also Energie eingespart haben, ist sie auch sehr unakzeptiert. ist die Frage jetzt, warum spielt es in der Bundesrepublikanischen Diskussion eigentlich keine Rolle, eine CO2-Abgabe zu führen, beziehungsweise bezogen auf die hessischen Verhältnisse, wäre jetzt die Frage, wird Hessen vielleicht so etwas regional einführen, thematisieren, oder wäre sozusagen eine andere Möglichkeit, sieben Umweltminister der Grünen starten eine Bundesratsinitiative, möglicherweise ist ja am Ende der Koalitionsverhandlung in Thüringen der Achtig und am Horizont sichtbar und die Hälfte aller Umweltminister der Bundesrepublik Deutschland kommt aus unserer Partei. Das wäre ja sozusagen ein Hoffnungsschimmer, der sich möglicherweise hier auch holen würde. Warum spielt das keine Rolle? Ist das kein Instrument, das hier effektiver einzuführen wäre, als die egeländige Diskussion über diese Emissionshandelsgeschichte? Das, was Sie vorhin gesagt haben, die 40 Euro pro Tonne, das höre ich seit Jahren, die müssten wir haben, passiert ja aber offensichtlich nicht. Trotzdem funktioniert aber auf der Gegenseite eine andere Instrumentendebatte, sehe ich auch nicht. Frau Hinz? Fühlen Sie sich angesprochen? Naja, ich wurde ja angesprochen, aber ich sehe nicht, dass sich da auf dieser Ebene in Deutschland was bewegen wird. Diskussionen über Abgaben sind nicht sexy, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland. Das haben wir auch schon in anderen Bereichen bitter erfahren müssen. Und Bundesratsinitiativen machen nicht Umweltministerinnen, Umweltminister, sondern Landesregierungen. und so wie ich schon die Diskussion empfunden habe bei der Umweltministerkonferenz, auch immer wieder zum Emissionshandel und auch zu Fragen Klimaschutz, sind sowohl die A- als auch die B-Länder, das heißt also, die Sozialdemokratinnen und auch die CDU auf der anderen Seite, sind sich da oft sehr viel, also sind sich da oft total einig. Und diese müsste man aber überzeugen, um Bundesratsinitiativen zu starten, weil man dafür einen Kabinettsbeschluss braucht. So, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren in dieser Hinsicht irgendetwas tut, vor allen Dingen, weil es ja den Emissionshandel auch noch gibt, ja, also es gibt ihn, wenn er auch schlecht funktioniert, aus unserer Sicht dringend reformiert werden müsste, aber sozusagen dann quer noch was anderes reinzuschieben, würde bedeuten, dass man erstmal das andere Instrument aufgeben muss, und zwar europäisch aufgeben muss, um da national was zu gestalten. So, und ob das am Ende des Tages mehr bringt und andere europäische Staaten sich anschließen würden, das sehe ich im Moment ehrlich gesagt auch nicht, ich weiß nicht, ob es andere Einschätzungen gibt, aber politisch ist es nicht auf der Tagesordnung. Also, ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn wir keinen CO2-Preis bekommen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Das ist, für mich, bin ich felsenfest davon überzeugt und ich möchte irgendjemand mal argumentativ sehen, wie man das entkräften kann dazu. Von dem her, da haben wir nicht so arg viele Möglichkeiten, dazu, um das zu machen. Und wenn der Emissionshandel, die Reformen, müssen wir jetzt mal gucken, wie der März wird, das heißt, vor dem März würde ich so eine Initiative für jetzt nicht so glücklich vom Timing her halten, dabei, sondern entweder sieht man dann, das ist vollkommen unzureichend, wir werden bis 2030 mit einem vollkommen unzureichenden CO2-Preis in der EU herumdoktern, dann muss man schauen, wie man damit eine Alternative dazu schafft. Da könnte zum Beispiel sein, wie Großbritannien das gemacht hat, eben habe ich so geschimpft, hier in dem Fall jetzt zu loben, dass sie einen Mindest-CO2-Preis eingeführt haben, dass sie gesagt haben, okay, 20 Euro machen wir auf jeden Fall und das wird von Jahr zu Jahr steigen, dieser Preis dazu und wenn der Emissionshandel einen höheren Preis hat, prima, aber wenn er einen tieferen Preis hat, greift dieser Ansatz dazu. Das ist dann zumindest für die entsprechenden Branchen, die da drinnen sind, ist das dieser Mindestpreis, wo man, was sehr ähnlich zu einer Abgabe dann wird, das ergänzt sich in dieser Hinsicht, und ich glaube, dass wir die Debatte ganz massiv bekommen werden, wenn die Reform des Emissionshandels scheitert hier, denn wir brauchen das und da ist uns jetzt auch gerade ein Urteil, was gestern ergangen ist über die Ticket-Tags beim Luftverkehrsabgabe, wo das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die rechtens ist und auch das mit der Lenkungswirkung für den Klimaschutz begründet hat, dabei, hilft uns dabei nochmal, um sowas in dieser Richtung mit ein Stück voranzutreiben, aber wir müssen wirklich auch schauen, wie kriegt man die politische Akzeptanz und Stimmung dafür her. Die Grünen haben einmal einen Wahlkampf mit einer Ökosteuer verloren, seitdem scheuen die das wie ein gebranntes Kind gibt und zumindest ist das so die Wahrnehmung, kann man viel im Detail zu sagen, aber wir brauchen Akteure in der Politik und in der Zivilgesellschaft, die dann auch kampagnenfähig sind und sowas mit vorantreiben, wir werden damit dabei sein, wenn so eine Dynamik beginnt, irgendwie sich abzuzeichnen. Ich würde gerne noch eine Sache aufwerfen, die vor Vordergrund in die Nachrichten kam, dass die Bundesministerin, die ja keine Gemeinde ist, sich im Nachgang des Syntheseberichts vom IPCC geäußert hat, dass also tatsächlich mir vorschlägt, in Deutschland den Ausstieg aus der Kohle einzuleuten. Ich weiß, dass es von der UND dazu einen konkreten Vorschlag gibt, den man da hohen könnte. Ich finde das ganz vermüllt und sehr erfreulich und würde ein Musiker ins Fragen, ob sie Chancen sehen, wie die Umweltminister oder Ministerinnen der Länder einen solchen Ansatz bei der Frau Umweltministerin unterstützen können, weil das ist ja sehr, sehr wünschenswert. Der Hintergrund ist der, also ich möchte auch noch mal darauf kommen, Sie haben ganz klar gesagt, wir brauchen Vorreiter. Und Deutschland ist dazu in der Lage, ein solcher Vorreiter zu sein. Und ich habe vor vielen Jahren eine Konferenz gehabt zur Luftqualität und Klimawandel auf den Asien-Pazifik wochen in Berlin und da hatten wir Gäste aus Philippinen, Australien, China und ich glaube, keine Ahnung, noch ein Land da im Asien-Pazifik und dann haben wir gesagt, ja, Deutschland und irgendwie müssen natürlich alles noch nie besser und so. Die haben uns nachher beiseite genommen und gesagt, wisst ihr was, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, das mag Faktisch die Traupfen auf den heißen Stein sein, was Deutschland an Emissionen tatsächlich vermeiden kann. Aber die Signalgerückung ist gerade für die hochemittenden Länder, die Entwicklungsländer, die jetzt massiv in die Entwicklung gehen, Brasilien, China, Indien, auch Pakistan und so weiter, für die ist das hochinteressant, weil die meisten Schäden mit dem Klimawandel davontragen, die haben ein massives Eigeninteresse. Und die gucken mit Augen auf Deutschland. Und vor dem Hintergrund nochmal die Frage, was glauben Sie als Hessische Bundesministerin, wie Sie diese Initiative unterfüttern? Oder steht Sie völlig? Naja, dazu müsste ich sie erstmal genauer kennen, ehrlich gesagt, weil ich noch nicht genau weiß, wo das endet, was sie da gesagt hat. Also so wie ich das verstanden habe oder gelesen habe, hat sie gesagt, die Ältesten, vier oder fünf Ältesten sollen, doch, ich meine schon, ich habe es irgendwo gelesen. Die Meldung sieht das vor, so vorzugehen, dass man mit den Ältesten anfängt. Ich weiß nicht, ob Sie sich darauf bezogen haben. Keine Ahnung. Ich habe, also wie gesagt, ich habe die Meldung so wahrgenommen, dass sie gesagt hat, also die Ältesten, dass jetzt aufgrund dieses Berichtes, die Ältesten sollten stillgelegt werden. und ich meine, also ich meine, also ich meine, persönlich hätte gelesen, vier oder fünf. So, das finde ich erstmal einen guten Ansatz, würde ich auch jederzeit unterstützen, dass man sagt, also man muss ein Ausstiegsszenario schaffen für die Kohlekraftwerke und natürlich fängt man am besten mit den Ältesten an, weil die am meisten emittieren und so weiter. So, jetzt ist aber die Frage, es kann sein, dass das für eine Vorbereitung ist für diesen Klimaschutzplan, diesen Aktionsplan, der da im Dezember beschlossen werden soll. Jetzt ist dann nur die weitere Frage, ist sie dann auch so stark mit durchzuziehen, dass da sozusagen wirklich ein Pfad wird, wo nach und nach alle stillgelegt werden mit einem festen Zeitplan und was bedeutet das für Neubauten von Kohlekraftwerken? Oder sagt sie halt, also das will sie einbringen, weil das sozusagen ihre Klimaschutzziele untermauern würde und dabei belässt sie es dann erstmal. Also es werden ein paar alte stillgelegt und dann geht alles so weiter und ein paar neue dürfen gebaut werden, weil sie einen anderen Wirkungsgrad haben und dann nicht so viel emittieren wie die ganz alten. Das wäre aus meiner Sicht nicht unterstützenswert, sondern nur wenn die Alten wirklich, der Abbau von Alten, der Beginn ist zum Ausstieg aus der Kohle insgesamt mit einem Ziel, was man auch überschauen kann, Zeitziel. Jetzt sehe ich doch so nach und nach einige müde Augen, die Schlitze werden kleiner. Vielleicht der Anlass dazu, so in eine Schlussrunde zu kommen. Ich würde dazu gerne so meine Lieblingsfrage mal stellen, nämlich die nach der, also wie kriegt man eine gesellschaftliche Dynamik hin für Klimaschutz? Wir haben ja an verschiedenen Stellen gesagt, da braucht man auch einen Schub, um sowas zu erreichen. Das ist nicht nur quasi auf der Verhandlungsebene möglich. Wenn ich mir angeschaut habe, vor ein paar Tagen gab es große Demonstrationen in Polen für die Freiheit des Internets, aber nicht für, bitte? In Ungarn, in Ungarn, genau, aber nicht für soziale Fragen, nicht für ökologische Fragen, obwohl die dort ja auch in hohem Maße stehen. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes und bitte Sie vielleicht um kurze, sehr persönliche Antwort. Ist es denn nicht so, dass das, was Sie angesprochen haben mit den Global Players und dem Einfluss, dass das ja auch enorm stark damit zusammenhängt, dass wir alle irgendwo in unserer DNA sehr stark das Wachstumsdenken verwurzelt haben. Wir orientieren unser Leben daran, dass es aufwärts gehen muss. Die nächste Wohnung soll möglichst größer sein als die vorherige. Der nächste Urlaub ist in der Regel weiter als der davor. Das nächste Einkommen, der nächste Beruf muss besser bezahlt sein als der vorherige. Also irgendwie sind wir daran, messen wir uns selber daran, dass es aufwärts gehen muss und dass es letztlich mehr werden muss. Das sind natürlich Dinge, die sich dann auf der wirtschaftlichen Ebene widerspiegeln. Wie können wir da auch solche Fragen mit einbeziehen? Also ist es nicht auch eine Frage der Kultur, dass wir schauen, wie leben wir eigentlich? Was setzen wir für Prioritäten im Leben? Und kommen wir nicht letztlich, nicht auch ein Stück weit darum herum, uns da auch ein bisschen selber in Frage zu stellen. Wer möchte beginnen? Ja, jetzt ist für mich eine Frage, ob man auf diese offenen Fragen noch, die vorher waren, noch mit eingehen sollen. Also ich fand die Kohlefrage einfach noch mal hier wichtig, dass wir die noch mit ansprechen, denn wir werden jetzt, das wird in meinen Augen die zentrale Klimadebatte in Deutschland werden für die nächsten Jahre. Energieeffizienz wird das zweitwichtigste Thema dazu. Und bei der Kohledebatte, da werden wir jetzt im März, im Dezember die ersten Einstieg da rein haben. Und da haben wir das Glück, dass im Moment wir einen grünen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium haben, den Herrn Barke. Herr Barke, der begonnen hat, mal auszuloten, ob man in anderen Regeln die Kohle beginnen kann, herauszudrängen aus dem Energiesystem. Und die haben jetzt Gespräche mit verschiedensten, mit E.ON, RWE, Vattenfall, ENBW und den STEAG-Kraftwerken, die von der Steinkohle dort mitgeführt werden, in den letzten Wochen geführt. Und in dem Kontext muss man das einreihen, was die Frau Hendricks dazu gesagt hat. Werden die jetzt, trotz des enormen Protestes, den jetzt die IG BCE, die Bergbau- und Gewerkschaft dagegen organisiert, werden die den Mumma haben, diesen Einstieg mit zu beginnen? Das ist die erste Frage. Und dann wird im nächsten Jahr es aber verschiedene Ansatzpunkte geben, hierbei nachzulegen. Und hier Schritt für Schritt in so einem Ausbauplan, so wie Sie ihn sich vorstellen und wie wir ihn uns vorstellen, dabei mit reinzukommen. Und da wollte ich nur alle sensibilisieren dafür. Das ist eine Sache, wenn es jetzt darum geht, sei es mit Kampakt, sei es mit den, es wird verschiedenste Aktionen nächstes Jahr geben im Kontext, um noch mehr Leute als die 400.000 in New York, in Paris auf die Straße zu bekommen. Es wird von den Kirchen ein Pilgerweg dorthin organisiert werden, wo versucht wird, mit allen möglichen Orten, die man unterwegs besucht, zu mobilisieren und so weiter, dass man hier wirklich dieses Kohle-Thema damit immer verknüpft und verbindet und dazu Druck mit aufbaut. Da komme ich zu der Frage von dir jetzt auch schon mit hin, wie kann man jetzt dafür organisieren dazu? Ich glaube, dass wir brauchen, uns deutlich zu machen, um was es denn eigentlich geht bei dem Klimawandel. Also wir, und das ist eine ganz neue, ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in dieser Klimadebatte in verschiedenen Rollen intensiv mit drin und jetzt die letzten ein, zwei Jahre bekommen wir lauter Anfragen von Akteuren, die zum Beispiel in Peru von einem Dorf, was dort von dem Gletschersee, der sich jetzt dort, wo die Gletscherschmelzen oben drüber gebildet hat, bedroht ist und die sagen, wir haben bei der eigenen Regierung nachgefragt, ob die uns irgendwie schützen können und die haben gesagt, die haben nicht ausreichend Geld. Guckt ihr doch mal bei den größten CO2-Emittenten bei euch, ob ihr das machen könnt und vielleicht können wir auch gerichtlich versuchen, das gemeinsam einzufordern dabei. Das heißt, sowas tritt hundertfach jetzt auf, nicht nur gegenüber German Watch. Der Kampf wird härter und die wird ein Gesicht bekommen von denen, die jetzt einfach schon existenziell davon betroffen sind. Also wenn man darüber nachdenkt, wie kann man hier auch Resonanz erzeugen, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil davon ist. Das andere ist, ich glaube, dass das Wohlstandsmodell, wenn es auf erneuerbaren Energien beruht, wenn es auf einer Landwirtschaft, die dezentraler organisiert ist und wo man sich von der Massentierhaltung maßgeblich mit verabschiedet und ein Mobilitätssystem, wo der öffentliche Verkehr gemeinsam mit Fahrrad und Fußgänger, wir haben eben über den Städtebau schon gesprochen, wo man eher wirklich auch dafür in Kauf nimmt, in eher kompakteren Städten zu wohnen, aber auch die Vorteile davon genießt, gerade in der alternden Gesellschaft und dann das Carsharing, ganz, ganz wichtig. Das ist so wie die Photovoltaik im Strombereich eine sogenannte disruptive Technologie. Die Photovoltaik hat das Geschäftsmodell der Energieversorger kaputt gemacht und das Carsharing macht das Geschäftsmodell der Autoindustrie kaputt. Ein Carsharing-Auto, zumindest wenn es so in diesen, wo die so zentral parken, was da steht, ersetzt acht Autos. Christoph, jetzt nicht zu detailliert werden. Ja, aber das ist, wenn man sich überlegt, wie man hier Momentum erzeugen kann, dann muss man strategisch auch vorgehen. Das heißt, dass man nicht nur sagt, ich versuche ein bisschen einzusparen oder so, sondern wie kann ich das so machen, dass das auch eine Wirkung hat, die darüber hinausgeht. Letztes Wort. Das eigene Handeln ist total wichtig, um glaubwürdig dazustehen, um voranzukommen, aber es ist vollkommen wirkungslos, wenn man nicht die Politik dazu auch bekommt zu handeln. Frau Brühl, woraus beziehen Sie Ihre Hoffnung für die nächste Zeit? Ich würde gerne die Frage beantworten, die Sie eigentlich gestellt haben, nämlich die Frage nach der Kulturfrage, weil die Frage nach Hoffnung finde ich irgendwie, das ist nicht mein Turf, ich bin Politikwissenschaftlerin, gucke mir Interessen und Konflikte an und nicht komische Konzepte, nein, Quatsch. Also die Kulturfrage war ja die, die Sie gestellt haben, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, was zu verändern? Ich glaube, und da stimmen wir auch überein, es verändert sich in der Welt, was, das mir bei der Beschreibung des Wachstumsdenkens gefehlt hat, denn es gibt ja neue oder es gibt Werte, die auch auf einer globalen Ebene wichtiger werden und das sind für mich zwei verschiedene. Das ist erstens die Nachhaltigkeit, die mit Rio 212 verankert wurde, also nein, die ist schon angelegt, um das gleich vorwegzunehmen, natürlich 1902 schon angelegt, aber zu zwölf nochmal der Versuch, Ziele nachhaltiger Entwicklung zu vereinbaren, die die Millennium-Entwicklungsziele ablösen. Das heißt, auch hier Entwicklung, also wir denken nicht mehr Wirtschaft allein oder Entwicklung allein, sondern es ist wirklich der Versuch, nachhaltig zu denken. Und wenn wir Nachhaltigkeit weiterdenken und Ziele haben, jetzt jenseits auch, was auch immer in Paris rauskommt, in dem Rahmen der sogenannten Sustainable Development Goals etwas zu verankern, wäre das auch ein Schritt, der dazu beitragen kann, zu einer Klimapolitik, Nachhaltigkeitspolitik zu kommen. Ist ja ganz aktuell die Diskussion, die wir im Moment auch in New York, wird der Prozess darüber geführt, über Nachfolge der Millennium-Entwicklungsziele. Der zweite Wert, der für mich relevant ist, und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir den erst jetzt in der Schlussrunde benennen, Gerechtigkeit. Also Sie haben das jetzt über den Kampfbegriff benutzt, für mich ist der zentrale Terminus der Gerechtigkeitsbegriff. Wir haben auch hier global von den Anden-Republiken über den Himalaya bis auch in die OECD-Welt eine Debatte darüber, was sind überhaupt Ziele des Lebens, also das gute Leben, was macht das aus, es muss ein gerechtes Leben sein und wenn wir das jetzt runterbrechen auf die Klimapolitik, dann wird es spannend, also wird es noch spannender vielleicht, es wird spannend daher, weil sich dann die Frage stellt, was ist denn eine gerechte Klimapolitik, da muss Vergangenheit irgendwie reingezählt werden, also wer hat wie viel emittiert, da muss aber auch sowas wie, wahrscheinlich hat jeder ein Recht auf Emissionen, es gibt eine Gerechtigkeit, die sich darüber ergibt, wer kann welche Anpassungsleistungen leisten, also der Klimawandel kommt, wer kann denn an der Küste den Staudamm bauen oder nicht und diese Fragen werden dann relevant und wenn ich sage, die Kulturfrage sage, es gibt zwei neue Normen, die ganz handlungsbestimmend werden auf internationaler Ebene, nämlich die Nachhaltigkeit und die Gerechtigkeit, dann kann ich daraus ableiten, was bedeutet das denn auch wieder für eine deutsche Politik und damit würde ich gerne auch enden. Der Punkt, ein Punkt, der zur Gerechtigkeit noch passt, es ist inzwischen nicht mehr unumstritten und das schockiert mich und das kommt vor allem von den USA, dass das Prinzip der gemeinsamen aber differenzierten Verantwortung handlungsleitend sein soll. Also es ist eine Debatte darüber, wer hat welche Verantwortung, wer muss was machen und an der Stelle ist es für mich relevant, dass die EU auch weiter dafür eintritt, dass eine größere Bringschuld nach wie vor in den Ländern des globalen Nordens ist, ganz banal, aber wir sollten es vielleicht auch mal aussprechen. Was heißt das? Das heißt Emotionsreduzierung und da kann man immer noch sagen, okay, kosteneffizienter ist das, wenn wir das über die CDM-Projekte oder wie auch immer in Ländern des globalen Südens machen, aber es bedeutet auch Finanzierung und das ist ja wenigstens einer der wenigen Punkte, wo wir mal sagen können, da war die deutsche Bundesregierung relativ früh dabei, weil sie 750 Milliarden nochmal für Klimaprojekte zur Verfügung gestellt hat und damit genau wieder ein Vorreiter war, weil in New York ja dann nochmal andere Staaten auch mit aufgesprungen sind. Frankreich hat einen Ticken mehr gegeben als Deutschland, das funktioniert ja doch irgendwie immer nochmal, also dass im Rahmen des Finanzausgleichs etwas passiert. Finanzen bedeutet für mich nicht Freikaufen, also ich finde das, was Sie gesagt haben, absolut wichtig. Die Vorreiterrolle bedeutet auch wirklich Maßnahmen zu haben und zu sagen, das ist eine Anerkennung der eigenen Rolle, aber es bedeutet zugleich Anpassungsleistungen, die müssen einfach bezahlt werden und die Länder des globalen Südens haben auch durch die Wirtschaftskrise nicht die Finanzen, also müssen sie zusammen zur Verfügung gestellt werden und hier hat Deutschland einen Schritt getan und kann sicherlich noch immer einen zweiten oder dritten machen. Danke. Wenn ich eins korrigieren darf, es waren Millionen, nicht Milliarden. Ich habe, Entschuldigung, ich habe... Ich war nämlich bis zum Januar Haushälterin im Bundestag, ich weiß ziemlich genau, das ist in die Hohenwörter. Ich war bei den 2,3 Milliarden, die in New York waren. Schon okay, schon okay. Danke, schön wär's. Frankreich hat nicht mehr. Okay, also das haben wir jetzt, das haben wir jetzt auch abgearbeitet. Also ich finde das mit dem Wachstum immer so, ich bin nicht grundsätzlich gegen Wachstum. Also wenn der ökonomische Landbau wächst, finde ich total klasse. Ich tue alles dafür, dass er wächst. Wenn wir Wachstum haben im Bereich Forschung und Entwicklung, was so Effizienztechnologien, Energieeinspartechnologien, Umwelttechnologien, ist das richtig gut. Also deswegen finde ich das immer, also Nullwachstum und da kann ich nicht so viel mit anfangen. Auch wenn das in meiner Partei gerne so diskutiert wird. Was mir wichtig ist, ist tatsächlich auch, dass es eine kulturelle Veränderung des Lebensstils geben muss. Das bedeutet nicht, dass alle jetzt in Sack und Asche gehen und man sich nichts mehr leisten darf oder nicht gut leben darf, sondern ich glaube eher, dass wir nur mit einem guten Klimaschutz auch weiter gut leben können und dafür müssen wir das Leben verändern. Ich habe was ganz, also mir ist auch das Thema Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang unglaublich wichtig und vor allen Dingen die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ja, weil ich glaube, dass wir auch im Endeffekt nur an den Lebensstilen was insgesamt verändern, wenn wir bei den jungen Leuten anfangen. Und da habe ich jetzt mehrere tolle Sachen erlebt, weil wir im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie in Hessen die Umweltbildungszentren unterstützen, die auch Module, Unterrichtsmodule entwickeln für Schulen, die ich dann auch besucht habe und wie sich junge Leute mit dem Thema identifizieren. Sowohl gesunde Ernährung, ganz erstaunlicherweise gesunde Ernährung, ja, weil sie nämlich dann auch selber kochen, einkaufen gehen und so weiter und es total klasse finden bis hin zu dem Thema, wo wird eigentlich mein T-Shirt produziert und warum kann ich das hier für drei Euro kaufen und das hat das eigentlich auch mit Klima zu tun, jenseits von den Fragen Kinderarbeit und ähnliches. Das prägt, glaube ich, am Ende auch das Denken und hoffentlich auch, weil sie dann Optionen haben, wie sie sich anders verhalten können. Ja, wenn man sie darin stärkt, erstens in Informationen, in möglichen Verhaltensmustern, andere Rahmenbedingungen, sich auch anders zu verhalten, dass sie dann, wenn sie die Wahl haben, sich anders zu entscheiden, das auch tatsächlich bewusst tun und das ist jedenfalls das, was ich total wichtig finde und gut finde und damit ändern sich auch Werte für so eine Verantwortungsgemeinschaft, wie es auch ein Staat und eine Gesellschaft sind. Und ja, da will ich dran mitarbeiten in Hessen. Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Sie waren ein super kompetentes und engagiertes Podium, jeder einzelne von Ihnen, Frau Hinz, vielen Dank, Frau Brühl, Herr Balz, dass er es auch noch geschafft hat, rechtzeitig zu kommen. Sie für Ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss und Ihre Beiträge, vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen, an allen Stellen, an denen Sie arbeiten, dass Sie erfolgreich sind, was immer Sie auch tun. Einen schönen Abend noch, vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus